Auf Distanz. Podcast über Astronomie und Raumfahrt. Hallo und willkommen bei Auf Distanz. Dieses ist Episode 77, erschienen am 29. Juni 2023. In dieser Episode geht es nochmal um die Raumsonde Juice. Die ist im April gestartet worden und ist nun auf der langen Reise zum Jupiter. Ich war mit Pablo Bayen in Kourou. Wir haben dort den Start erleben können. Und darüber werden wir in dieser Episode natürlich berichten. Wir haben uns außerdem in Kourou mit vier MitarbeiterInnen des Instituts für Planetenforschung des DLR unterhalten. Da geht es nochmal viel um Technik und Instrumente an Bord von Juice. Außerdem geht es um die Kommissionierungsphase von Juice und um gelöste Probleme. Dazu gibt es zwei weitere Interviews. Diese Episode ist also ganz gut gefüllt. Los geht's in Kourou. Durch die Sendung führt sie Lars Naber. Titel Thema Am 14. April 2023 war es soweit. Die europäische Raumsonde Juice hob auf einer Ariane 5 Rakete vom Weltraumbahnhof in Französisch-Goyane ab. Wenige Sekunden später verschwand sie hinter einer Wolkenschicht außer Sicht. Juice steht kurz für Jupiter Icy Moons Explorer. Die Raumsonde soll also eisige Monde des Planeten Jupiter erkunden. Pablo Bayen von der bewuhte IT und ich, wir waren in Kourou und konnten den Start erleben. Wir besuchten dafür den Beobachtungsplatz Carapa. Das ist zwar mit rund 14 Kilometer Abstand vom Startplatz ein Stück vom Geschehen weg, aber der Blick über den Weltraumbahnhof war großartig. 14 Kilometer Abstand bedeutete für uns auch, dass wir zwei versetzte Eindrücke vom Start erlebten. In Baikonur im Jahr 2018 erlebten wir den Start von Alexander Gerst aus nicht ganz zwei Kilometern Abstand. Der Schall erreichte uns also problemlos, während wir die Rakete noch beobachten konnten. In Kourou war das anders. Der Schall brauchte deutlich länger. Noch unter dem Eindruck des Erlebten sprach ich mit Pablo. Ja, da stehen wir auf Carapa. Wie geht's dir? Ein bisschen geschafft, aber glücklich. Es war ein schönes Erlebnis. Es hat sich wieder gelohnt. Wie fandst du den Platz, den wir uns ausgesucht haben? Wir hatten ja nicht so viel Auswahl. Die einzige echte Alternative wäre der Strand gewesen. Und wie Lars heute schon ein paar Mal gesagt hat, wir hätten die Rakete bestenfalls in den Wolken erahnen. Vielleicht hätten wir noch einen Rest von einem Lichtpunkt gesehen oder sowas, aber mehr wäre es wohl nicht geworden. Und so haben wir jetzt wirklich eine Rakete gesehen. Wir haben ein paar Bilder, viele glückliche Menschen. Es ist spannend, wie sehr das doch wieder alle ergreift. Ja, der Jubel hier war fantastisch. Also ich bin auch selber noch immer geflasht. Ich habe immer noch Reste Gänsehaut. Die Helligkeit hier war wieder toll von der Rakete. Und auch der Schall, der uns hier irgendwann erreicht hat, hat mich einfach geflasht. Ja, absolut. Der Abstand zwischen Photon und Schall war sehr deutlich. Ich weiß gar nicht, Größenordnung, halbe Minute oder sowas. Das war wirklich eine kleine Ewigkeit. Und es rollte dann so wie so ein Donnergrollen heran. Es wurde langsam laut. Erst fragte ich mich, ist das die Rakete? Dann wurde es immer lauter. Und dann dachte ich, ja, es ist die Rakete. Und das war schon sehr cool und hielt dann auch sehr lange an. Ja, im Baikonur haben wir, glaube ich, sechs Sekunden gewartet. Hier war es deutlich mehr. Und war aber dann in seiner Wucht und seiner, für mich auch Bassigkeit, noch sehr überraschend. Wir werden auf jeden Fall mal gucken, was die Aufnahmen, ich habe natürlich was mitlaufen lassen, was sie ergeben haben. Und schauen mal, was daraus geworden ist. Software unterwegs zum Jupiter. Wie fühlt es sich an? Ja, es ist irgendwie abgefahren. Das SWE-Team steht hier vor uns und feiert auch. Ich hätte mir gewünscht, dass sie auch die Contractor offiziell eingeladen hätten. Ich finde das so ein bisschen ein Blindspot. Aber gut, ich träume ja immer von einer perfekten Welt und die haben wir halt nicht. Aber hier zu sein ist toll. Ich gucke gerade noch auf das Mock-Up. Also es gibt ein 1 zu 1 Mock-Up der Ariane 5, das fast zum Greifen nahe ist. Das ist schon ganz cool. Und vor uns der Urwald, wo man die verschiedenen Facilities so sehen oder teilweise auch nur erahnen kann. Das ist schon eine sehr schöne Kulisse. Ja, der Kontrast. Also eigentlich hat es mit Baikonur eins gemeint, nämlich die Weitläufigkeit. Aber auch hier so aus der großen, weitläufigen Landschaft tauchen hier, wie du sagst, die Facilities, die Gebäude alle auf. Es gibt irgendwie Applaus. Ich hoffe, das war die Kontaktaufnahme. Müssen wir mal gucken, ob da was gelungen ist. Ja, man sieht ja also jede Menge Gebäude von diesem Punkt aus. Und wir haben also wirklich geradeaus raus, guckt man direkt auf den Startplatz zu. Und ich meine, das ist jetzt Andi, aber das müsste ich nachgucken, 15 Kilometer Abstand waren, statt zwei in Baikonur. Ja, also von 15 Kilometer fühlt es sich dann doch noch überraschend nah an. Also es ist okay. Also 15 Kilometer würde man ja fast denken. Also man konnte es immer noch ganz gut erkennen. Ja, und für mich ist es tatsächlich, ich glaube, ich würde es wieder tun im Moment. Also auch bei den 15 Kilometer hat mich das heute noch so gepackt. Ja, mal schauen, was die Zukunft bringt. Mal schauen, was die Zukunft bringt. In Kuru benötigte der Schall etwas über 40 Sekunden, um uns zu erreichen. Die Rakete war da längst hinter den Wolken verschwunden und wir konnten sie nicht mehr sehen. Aber dafür wurde mit dem Schall ein zweites Mal gefeiert und die Stimmung am Beobachtungsplatz war wirklich fantastisch. Und natürlich konnten wir die Rakete viel länger hören als sehen. Eine Audioaufnahme des Starts hänge ich ganz ans Ende dieser Episode. Der Beobachtungsplatz Carapá fasst 1450 Personen. Zum Betreten musste man eine Sicherheitskontrolle durchlaufen und man erhielt eine kostenlose nummerierte Eintrittskarte. Wir hatten schon Nummern über 800 und hinter uns strömten noch viele weitere Menschen herbei. Über einen spürbar steilen Weg ging es einen Hügel hinauf. Oben ist dort der Beobachtungsplatz angelegt, der ein bisschen wie eine Tribüne wirkt. Wenn man Stative oder ähnliches aufbauen sollte, sollte man zeitig da sein. Wir waren zweimale vor Ort. Am Tag vorher waren wir bereits dort, da wurde der Start von Juice aber kurz vor dem Start wegen ungünstiger Wetterverhältnisse abgesagt. Am 14. April aber war der Start geglückt. Per Durchsagen konnten wir nach dem Start die nächsten Schritte verfolgen, bis hin zum Empfang der ersten Signale von Juice, der Acquisition of Signal. Danach wurde langsam abgebaut. Für den Nachmittag hatten wir uns mit Dr. Kai Lingenauber verabredet. Ihn hörte man bereits in Episode 75 dieses Podcasts. Er organisierte, dass er mit einigen Kolleginnen vom DLR zu einer Podcastaufnahme in unsere Ferienwohnung kam. Der 14. April ist es. Wir haben heute einen ganz spannenden Tag erlebt, nämlich den Start der Raumsonde Juice. Und für mich ist es ganz spannend, weil wir hier eine große Runde um den Tisch haben, wie ich sie selbst noch nie erlebt habe für meinen Podcast. Wir sind insgesamt zu sechst und ich bin Lars und ich fange einfach mal im Uhrzeigersinn an. Wer bist du? Ich bin Christian Hütteich. Ich bin der Software-Ingenieur für GALA. Also GALA hat das GANIMED Laser-Altimeter an Bord. Genau. Dann? Ich bin Pablo. Ich denke, die Hörer kennen mich inzwischen. Ich bin Friederike. Ich bin die Systemingenieurin für den DLR-Beitrag für die wissenschaftliche Kamera Janus. Ich bin Nicole. Ich bin die stellvertretende Projektmanagerin der Kamera Janus. Ich bin Kai, der Projektleiter des Laser-Altimeters GALA. Heute haben wir den Start erlebt. Die Raumsonde Juice ist unterwegs, nachdem wir eine Verschiebung erlebt haben. An euch, deren Projekte jetzt unterwegs sind ins All. Wie geht's euch? Wie fühlt ihr euch? Also super natürlich erstmal. Ich freue mich total, dass die Kamera und das Laser-Altimeter und die Mission insgesamt jetzt endlich auf dem Weg sind. Es ist eine weite Reise zum Jupiter. Es war aber auch eine weite Reise bis hierhin. Wir haben verdammt lange an der Mission gearbeitet. Für mich ist jetzt der dritte Start, den ich erlebt habe. Aber ich bin immer noch total geflasht. Ich habe heute Morgen auch ein paar Tränchen verdrückt und ja, ich grinse wahrscheinlich noch bis heute Abend spätestens. Ja, was soll man dazu sagen oder ergänzen? Ich meine, es ist der Höhepunkt nach vielen Jahren und alle freuen sich, die Ingenieure, dass sie ihre Babys endlich im All haben. Und die Wissenschaftler, dass sie jetzt eben auf die Phase des Fluges und der Datenerfassung dann während des Fluges teilweise und dann auch im Jupitersystem eben voraussehen können. Dem kann ich mich nur anschließen. Ja, für mich persönlich war es auch sehr spannend, weil ich mich auch jetzt in den letzten zwei Jahren sehr intensiv mit Strukturtest von der Janus-Kamera auseinandergesetzt habe. Und das war jetzt der große Moment der Wahrheit für mich und ja, war auch einfach schön anzusehen. Zum Start? Ja, ich meine, dein Unternehmen hat Software beigetragen, deswegen fliegt auch von meinem Unternehmen etwas mit. Auch ein Stück Bewuter mit, danke Felix Winkelmann, der die Software geschrieben hat. Ich habe da ja irgendwie selber nicht so viel zu beigetragen. Ja, aber auf jeden Fall, der Start war toll. Der zweite Raketenstart, den wir beide gesehen haben und es ist immer wieder sehr beeindruckend, was da für Kräfte frei werden, dass viel Licht, das da irgendwie abgesondert wurde, dass das schon, ja, macht jedes Mal wieder Gänsehaut. Also ich freue mich sehr, dass wir hier sind und ja, dass dieses große, aufwendige Experiment erfolgreich im All ist. Das ist ja nicht, also meistens klappt, aber nicht immer. Ja, und es ist halt auch schön, all die Kolleginnen und Kollegen von der ESA, von den anderen Instrumenten, mit denen man in den letzten Jahren so viele anstrengende Meeting teilweise hatte, mal in dieser Stimmung, in dieser Umgebung hier in Kuru zu sehen. Das ist einfach, ja, ist halt mal was Cooles, was anderes dann dazu. Ja, da hatte ich heute Morgen am Startplatz oder besser gesagt an unserem Beobachtungsplatz, wir waren an Carapa, auch mehrere Truppen gesehen, die irgendwie immer wieder so in wechselnde Konstellationen zusammenkamen, uns ausgetauscht haben und ich hatte den Eindruck, eine ganz tolle Stimmung, also eine Gruppe von einem Instrument direkt vor uns, die machten erstmal eine Champagnerflasche auf und so, da knallten buchstäblich die Korken. Jetzt ist der Start ja schon eine ganze Weile her, wieder sieben Stunden, wenn ich das richtig habe jetzt. Habt ihr einen aktuellen Stand, wie es aussieht? Klappt alles, wie es so sein soll? Also das Wichtigste hat gut geklappt, im wahrsten Sinne des Wörtes, die Solarpaneele sind ausgeklappt und von der ESA gibt es keine schlechten Nachrichten, was gute Nachrichten sind in dem Falle und das heißt, während wir hier gemütlich sitzen, werden natürlich viele Leute in den Kontrollzentren noch emsig arbeiten und den Flug verfolgen, der für uns jetzt erstmal ereignislos ist. Also jetzt wird nach und nach die Elemente der Raumsonde, des Satellitenbusses hochgefahren und kontrolliert und die Instrumente, die Nutzlasten, also jetzt zum Beispiel gerade die hier vertretenen Janus und Gala, die kommen dann erst in den nächsten Wochen dran mit den sogenannten Commissioning Phase, also der Inbetriebnahme. Ja, daher können wir hier entspannt sitzen, woanders wird bestimmt ein bisschen mehr geschwitzt. Die Commissioning Phase, ich kann mir vorstellen, bei Janus kann man schauen, dass man Bilder gewinnt, wird da sicher gleich noch drüber sprechen. Bei Gala, gibt es irgendwas, was ihr testen könnt, wo ihr die Funktionen probieren könnt? Ja, also wir können generell alles testen, schön, was im Gegensatz zu Bela, dem Beppi-Colombo-Laser-Altimeter nicht der Fall war. Ja, natürlich können wir keine Entfernungsmessung machen, da schauen wir erst mal nur ins Leere, wuchstäblich, aber ja, die Funktion lässt sich auch so gut überprüfen. Also Sensoren auslesen. Alle Sensoren auch. Tatsächlich wird ja der Startpuls genauso über dieselbe Wegstrecke gesampelt wie der Empfangspuls und das heißt, wir sehen damit auch automatisch, ob die Empfangsoptik schon funktioniert und ob alles überlebt hat. Da frage ich direkt nach. Startpuls gesampelt auf dem gleichen Wege wie der Empfangspuls. Wenn man mit den Begrifflichkeiten nicht vertraut ist, was bedeutet das? Das ist ja ein Laser-Altimeter, das heißt, der Startpuls ist ganz einfach ein Laserpuls. Der Laserpuls trifft auf eine Oberfläche und man macht eine Zeitmessung, wie lange der gebraucht hat. Dann ist aber, um das präzise zu machen und aus der Elektronik eventuell Wegstrecken rauszurechnen, sage ich mal, schickt man den Startpuls über ein kleines, dünnes Glasfasernchen auch auf denselben Empfänger, der dann auch den Empfangspuls mal irgendwann empfängt. Und ja, damit kann man gut sehen, ob die Empfangselektronik funktioniert, denn man sieht quasi in sehr abgeschwächter Form den ausgesendeten Laserpuls auf der Empfangselektronik schon. Sehr, sehr cool. Das heißt, die Zeit, die er erfasst, ist das Delta zwischen dem Empfang des Startpulses und dem Empfang des… Genau so sieht es aus. Ja, des zweiten Pulses. Wie nannst du ihn? Startpuls und… Returnpulse. Returnpulse, okay, ja. Genau. Und das sind dann halt optische Strecken, beziehungsweise die sind quasi unverfälschbar, die haben keine Drift, keine Alterung. Und beide Pulse, Startpuls und Returnpuls, werden dann durch die gleiche elektronische Strecke verarbeitet. Und wenn die eine Alterung hat, dann ist das ja egal, weil das betrifft dann beide Pulsformen. Und wir können dann bis auf die rund unter Nanosekunde eben die Zeit auch messen. Hört sich sehr cool an. Codiert ihr irgendeine Information in den Puls, dass ihr verschiedene Pulse unterscheiden könnt? Oder ist das einfach nur der, der zuletzt ausgesandt wurde, wird auch der sein, den ihr zuletzt empfangen habt? Genau, also damit der Laser stark genug ist, können wir ihn nicht so oft feuern. Das sind ja die bei Gala 30 bis 50 Hertz. Wenn wir 50 Hertz gehen, wird der Laser schon schwächer. Der wird gepumpt. Und ja, und da ist natürlich bei einer typischen Returnzeit von drei bis vier Millisekunden maximal, hat man da genug Zeit, um sich um den Laser zu kümmern. Passt das. Ja, spannend. Allein von der Stärke, beziehungsweise von der Empfindlichkeit des Empfängers, wäre es denn denkbar, eine Laufzeit zu haben, die größer ist? Ja, das kommt halt, also es geht maximal bis, ich glaube, sechs Millisekunden. Dann ist die Empfangselektronik am Limit, also der Digitalteil. Der ist halt nur dafür ausgelegt. Okay, dann würde man in der Größenordnung von 100, also das heißt 100 Hertz würde immer noch gehen. Ja, genau. Aber da ist dann natürlich das Problem, dass man dementsprechend viel stärkeren Laserpuls brauchte. Ja, okay. Also das ist eben auch der Clou bei der Instrumentenauslegung. Diese ganzen Trade-offs bezieht zwischen der Pulsrate, die erwähnt wurde, 30 Hertz, also 30 Mal pro Sekunde. Jetzt schießen wir einen Laserpuls los. Das erzeugt dann auf dem Boden eben eine lückenlose Abtastung. Das war den Wissenschaftlern wichtig, haben wir erfüllt. Und die Laserpuls-Energie muss halt auch bereitgestellt werden. Und wenn du sagst, du feuerst 30 Mal in der Sekunde einen Laserpuls mit 17 Millijoule ab, dann kommst du mit einer ganz einfachen Multiplikation auf knapp über 0,5 Watt optische Energie, die das Instrument verlässt. So, und mag sich wenig anhören, aber so ein Laser hat leider einen verdammt schlechten Wirkungsgrad. Das heißt, man muss hinten das 40-fache fast reinstecken an elektrischer Energie. So, und dann sind wir schon bei 20 Watt fürs Lasersystem und dann kommen noch andere Dinge dazu vom Instrument. Und ja, da beginnt die große Zeit der Trade-offs. Wie stark mache ich den Laser? Habe ich mehr Energie oder habe ich zum Beispiel mehr Masse, um das Teleskop im Durchmesser größer zu machen? Denn hinter die mathematische oder physikalische Verbindung zwischen dem ausgehenden Laserpuls und dem Empfangsteleskop ist das sogenannte Link-Budget. Und da geht halt die Empfangsfläche des Teleskops, wie viele Photonen fange ich wieder ein, mit ein in die Rechnung. Und natürlich auch die Stärke des Laserpulses. Und da kann man dann hin und her schieben, fast wie Regler. Im ganz einfachen Fall spielen viele Komponenten mit rein, ja, genau. Klar, man kann die Sende-Seite oder die Empfangs-Seite optimieren. Das ist halt der Trade-off zwischen beidem. Ja, spannend. Noch eine Sache zum Start. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, der spannende Moment, der Start findet statt, die Ferrying ist weg, Juice wurde abgekoppelt von der Rakete. Und ich hatte den Eindruck, der nächste Schritt, der erste Empfang eines Signals, AOS, Acquisition of Signal, dauerte etwas länger als erwartet. Habt ihr da was mitbekommen? Ja, es war tatsächlich ein ganz spannender Punkt. Also du hast gerade gesagt, wir hatten relativ schnell das erfolgreiche Yes, wir haben die Separation hinter uns, also die Abtrennung. Und dann wussten wir natürlich alle, der nächste Schritt ist die Acquisition of Signal. Und wir haben alle sehr gespannt vor der Videoleinwand gestanden. Also der Fokus war ein bisschen weg jetzt von der leeren Plattform, von der die Ariane Fünfer gerade sich erhoben hatte, hin zu der Videoleinwand, wo wir die Telemetrie aus dem Kontrollzentrum gesehen haben. Und dann haben tatsächlich alle sehr, sehr gespannt vor dieser Leinwand gestanden. Und die Erleichterung war dann doch sehr, sehr, sehr spürbar bei allen, als dann auch die Erfolgsmeldung kam, ja, wir haben das Signal. Also das war tatsächlich ein spannender Moment, auf den wir auch alle sehnsüchtig gewartet haben. Ja, da muss ich zugeben, da hört mein Wissen und ich glaube unser Wissen auf, das soll man ja auch mal sagen, wenn man nichts weiß. Und wir können uns das nur so erklären, dass halt die Raumsonde noch nicht an einem komplett stabilisierten Zustand war. Das heißt auch, dass Pointing der Antennen vom Boden wie zur Raumsonde nicht exakt vorhergesehen werden konnte. Und man dadurch eben nur ein Zeitfenster angeben konnte in diesem Zeitfenster, muss irgendwann diese Acquisition erfolgen. Aber wie gesagt, das ist jetzt eine Vermutung, der vielleicht die ESOC-Kollegen dann in einem weiteren Podcast gerne nochmal in allem Detail sagen können. Wir kennen Angela Dietz, sie hat in dem Stream das erklärt. Sie wäre eine gute Gästin. Aber ich habe, glaube ich, genau in diesem Stream eben auch gehört, so in ungefähr einer halben Stunde würden wir uns anfangen, Sorgen zu machen. Dieses Zeitfenster war dann lange nicht erreicht, also umso besser. Ein letztes Thema habe ich noch zum Start. Ich habe in Medien wahrgenommen, allerdings jetzt nicht direkt so von der ESA kommuniziert, dass man, oder eben von Ariane Space, dass man im Prinzip auf eine Sekunde genau starten musste. Ist das aufgebauscht oder gibt es diese Sekunde, in diesem Falle von Juice, wirklich? Die gibt es wirklich. Denn man muss sehen, die Erde, unser schönes Raumschiff, dreht sich um sich selbst. Und wenn eine Sekunde später ist die Erde, zeigt der Raum, der Startplatz sozusagen wieder in eine andere Richtung. Das ist der eine Effekt. Der zweite Effekt ist, die Erde dreht sich oder kreist um die Sonne und mit einer ungeheuren Geschwindigkeit. Und nach einer weiteren Sekunde wäre sie, ich habe mal irgendwo gehört, ein paar hundert Kilometer, ein paar tausend Kilometer oder sowas, auf jeden Fall an einer Position, die für uns wichtig ist. Und wenn man sich jetzt mit diesen beiden Hintergedanken feststellt, dass so eine Flugbahn, die Trajektorie, wie die Rakete aufsteigt, wie so eine Art Hebel ist mit einem Drehpunkt unten. Und in diesem Drehpunkt unten entscheidet sich, ob man, dieser Drehpunkt unten ist jetzt quasi mal bildlich gesprochen, diese eine Sekunde. Das heißt, wenn man unten ein bisschen den Hebel hin und her bewegt, macht das am oberen Ende, quasi am Ende unserer Flugbahn, enormen Unterschied aus. Und somit muss man halt in diesem Fall, wenn man nicht auf eine Parkbahn um die Erde geht, sondern wirklich sofort in eine interplanetare Bahn einschlägt, muss man das halt wirklich genau timen, dass man zeitgenau startet, von der richtigen Stelle am richtigen Tag. Sonst trifft man nicht den Weg durch die Planeten, durch den man haben möchte, für eine optimale Flugbahn. Also das ist vielleicht die Erklärung dafür. Nach dem Start vom James Webb Space Teleskop wurde gesagt, dass man den Orbit so gut getroffen hat, dass die Laufzeit des Teleskops potenziell mehrere Jahre länger sein kann. Gibt es schon Angaben, wie gut JUICE den geplanten Orbit getroffen hat? Nein, das wissen wir noch nicht. Das wird die ESA bestimmt mal verlauten zu James Webb. Da kann ich berichten, es gibt irgendwo, die Hörer werden es wahrscheinlich finden und du wirst es verlinken, einen Bericht eines Ariane 5 Ingenieurs, der berichtet hat, wir haben für James Webb unsere besten Triebwerke ausgesucht, nämlich die Triebwerke, die keine Toleranz hatten, die genau auf Speck produziert werden. Die haben ja mehrere im Produktionslauf und sie haben sich für James Webb die besten ausgesucht, weil sie wussten, wir müssen den Einschussvektor und die Position richtig treffen und ja, wie du sagst, das hat ja super geklappt, aber für JUICE kennen wir diese Dinge noch nicht. Das knobeln die gerade in Darmstadt aus. Dann, toll, 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 dass es auch für JUICE so aussieht. Bevor wir zu den Instrumenten hüpfen, ihr seid alle von einem Institut, Institut für Planetenforschung in Berlin. Genau, wir arbeiten alle im Institut für Planetenforschung in Berlin und sind dort in den verschiedenen Abteilungen tätig. Das ist einmal die Abteilung für planetare Sensorsysteme, in der die Instrumente entwickelt werden und ich bin in der Abteilung für Planetengeologie, die sich mit der Geologie von planetaren Oberflächen beschäftigt und das ist eben auch eines der schönen Dinge, dass so eine Mission natürlich auf der einen Seite sehr, sehr international entwickelt wird mit verschiedensten Instituten aus, in unserem Fall ganz Europa, aber sogar auch USA haben wir daran beteiligt und auch japanische Kollegen sind dabei, aber auch innerhalb der Institute sind es eben verschiedene Fachrichtungen, verschiedene Schwerpunkte, die so ein Instrument oder die Beteiligung an so einem Instrument erst möglich machen. Jetzt geht es in diesem Fall um eine Raumsonde mit Instrumenten drauf. Gibt es auch noch andere Mittel, die das Institut einsetzt, um Planetenforschung zu betreiben? Teleskope, theoretische Forschung, Simulation. Es gibt die Abteilung der Planetenphysik, die beschäftigt sich mit der Simulation von Planeten, Monden, und Evolutionsrechnungen machen die. Aus der Abteilung komme ich eigentlich mal, bevor ich das gemacht habe. Und ja, da wird sich halt mit dem thermischen Haushalt beschäftigt und das ist dann zum Beispiel wiederum wichtig, um herauszufinden, wenn Gala mal seine Arbeit getan hat, dann wirklich das Modell dahinter zu entwickeln, wie dick dann die Eisschicht ist und wie dick der Ozean ist. Dafür braucht man dann wiederum die Planetenphysik. Wenn man die Daten jetzt hat, wie lange dauert es, bis man dieses Modell hat und Ergebnisse sieht? An dem Modell wird dann schon vorher gearbeitet. Also da kann man ja Pseudo-Daten verwenden, um auch das Modell natürlich erstmal zu testen und ob das auch alles richtig funktioniert. Und ja, dafür werden dann auch Supercomputer eingesetzt. Spricht man da von Wochen, Monaten? Wo läuft das hin, wenn man die Daten hat? Es ist ja nicht so, dass die Daten auf einmal reinkommen und dann sind sie alle da. Man kann schon anfangen. Man kann schon anfangen. Jaja, man fängt dann so langsam an mit den ersten Daten, die man hat und man kommt dann parallel rein. Aber wenn man jetzt den ganzen Datensatz hat, bevor man dann zum fertigen Paper kommt, das dauert dann schon ein paar Monate. Was sind denn andere Missionen, die von dem Institut für Planetenforschung mit betrieben werden oder wo das Institut beteiligt ist? Ich fange mal kurz an. Also wir haben quasi drei Instrumentengattungen hauptsächlich. Das sind die Laser-Altimeter, die Kamera und die Spektrometer. Ja, Gala-Laser-Altimeter. Unser Vorgänger ist Bela, das Peppy-Colombo-Laser-Altimeter. Also das ist in dem Disziplin. Und Nicole, Kameras, kannst du was sagen? Ja, Kameras. Wir haben eine ganz, ganz, ganz große Schiene an verschiedensten Kameras. Eine der bekanntesten ist, glaube ich, die HSC, die High-Resolution-Stereo-Camera, die auf Mars Express seit 2004, glaube ich, fleißig tolle Bilder vom Mars liefert. Dann hatten wir unter anderem auch ein Kamerasystem in Kooperation natürlich immer mit diversen Instituten. Das war eine Kamera auf Dawn auf einer Mission, die zu Ceres und Vesta geflogen ist. Wir haben verschiedenste Kameras gebaut, auch für Kleinkörper-Missionen. Und zum Beispiel eine ganz spannende Geschichte war, vor fünf Jahren sind wir in Kooperation mit den Japanern, haben wir einen kleinen Lander auf dem Asteroiden Ryugu gelandet. Das war unter anderem auch die erste Landung auf einem Asteroiden, die jemals passiert ist. Und da haben wir unter anderem auch eine kleine Kamera an Bord gehabt, aber auch einen Radiometer. Also wir haben auch kleine Instrumente, die zum Beispiel thermische Bedingungen auf den Oberflächen messen. Das war Mascot, ne? Ja, das war Mascot, genau. Ja, dann um Mars mal weiter zu spinnen. Also die HSC ist jetzt eine Orbiter-Kamera. Wir haben uns aber auch kurz danach daran gemacht, auch mal Kameras für Lander und Rover zu entwickeln. Da ist Mascam ein Beispiel auf Mascot. Aber wir arbeiten auch seit geraumer Zeit an einem Stereo-Kamerasystem, das hoffentlich mal auf dem ersten europäischen Mars-Rover zum Mars fliegen wird. Momentan ist der Plan, in 2028 zu starten. Und da haben wir aber eben nicht nur die Instrumentenbeteiligung im Institut, sondern das Schöne bei uns im Institut ist, dadurch, dass wir ja auch wissenschaftliche Abteilungen haben und sehr, sehr, sehr viele verschiedene Fachrichtungen in der Wissenschaft abdecken können, werden wir auch regelmäßig rein als Wissenschaftler zu Missionen eingeladen. Ich bin zum Beispiel gerade auch als Wissenschaftlerin beteiligt an der NASA-Mission Perseverance, an dem Mars-Rover. Da haben wir aber eben, wie gesagt, kein Instrument gebaut, sondern da ist einfach unsere wissenschaftliche Expertise gefragt und da gibt es noch diverse andere Missionen. Also eigentlich ist das mit das Schöne bei uns im Institut, dass wir sehr, sehr viele verschiedene Missionen haben. Also auch während wir jetzt darauf warten, dass Juice mit unseren Instrumenten irgendwann am Jupiter ankommt in ein paar Jahren, da wird uns nicht langweilig in der Zwischenzeit. Wir haben da noch eine Menge anderer Missionen. Das kann ich mir vorstellen. Ich kann der Vollständigkeit aber noch sagen, dass wir auch, wie eben Schlang angesprochen haben, dass wir mit diversen Spektrometern auch beteiligt sind an verschiedenen Missionen. Das ist zum Beispiel das Mertes-Instrument auf FP Colombo und jetzt relativ frisch seit letztem Jahr sind wir auch auf Veritas und der Envision-Mission von der ESA bald dann auch auf der Venus aktiv und untersuchen dann da die Interaktion zwischen der Atmosphäre und der Oberfläche. Noch eben der Vollständigkeit halber, der Advanced Mars-Rover ist der, der aus der Exo-Mars-Mission noch stammt, oder? Das ist der, für den wir die Panorama-Kamera entwickeln und dann hatte ich noch Perseverance ja erwähnt. Das ist die NASA-Mission. Ich meine den europäischen, ja. Du meinst den europäischen, okay. Das ist Exo-Mars, genau. In einer Episode hatte ich mit Kai ja schon mal über Janus kurz gesprochen und mit Pascal. Ich würde bei Janus gerne noch ein kleines bisschen tiefer eintauchen, wo wir die Gelegenheit gerade haben. Was genau macht Janus? Janus ist das wissenschaftliche Kamerasystem auf JUICE. Das heißt, es ist die Kamera im Prinzip, die uns die ganzen Bilddaten liefern wird, sowohl vom Jupiter-System als auch von der Jupiter-Atmosphäre, als auch von den Ringen und den kleinen Körpern, den ganzen verschiedenen Monden. Aber der Schwerpunkt ist die Erkundung von den galiläischen Monden. Und der Schwerpunkt des Kamerasystems liegt unter anderem auf Ganymed. Das heißt, wir werden am Ende der Mission in Orbit um Ganymed einschwenken. Und dann ist eine ganz wichtige Zielsetzung, dass wir Ganymed global kartieren werden. Das heißt, auch mit sehr hoher Auflösung kartieren werden, mit einer Auflösung, die wir so von den früheren Missionen nicht haben. Und da sind wir natürlich sehr gespannt. Das Kartieren ist einmal die topografische Sache, die wir mit Gala schon besprochen haben. Und eben eine, ich hätte fast visuell gesagt, aber im Prinzip in verschiedenen Wellenlingen nimmt Janus auf. Ich habe wahrgenommen in unserem Gespräch, es gibt eine ganze Reihe Filter. 13? Unser Kamerasystem ist mit verschiedensten Filtern ausgestattet. Die gehen vom visuellen Bereich bis ins nahe Infrarot. Und einer der Anforderungen für diese Extension ins nahe Infrarot war auch, dass wir unter anderem das Lasersignal von Gala auch sehen müssen. Da haben wir eine ganz, ganz enge Kooperation. Die beiden Systeme, Gala und Janus, zusammen werden es in der Lage sein, sowohl visuell als auch topografisch die Oberfläche abzudecken. Und dazu müssen wir natürlich punktgenau wissen. Das heißt, wir müssen in unseren Aufnahmen, müssen wir pixelgenau lokalisieren können, wo der Gala-Laserpuls auf der Oberfläche auftrifft. Und dazu haben wir natürlich auch eine gemeinsame Kalibration gemacht, der Instrumente. Und wie gesagt, unser Instrument musste deswegen auch in der Lage sein, nicht nur aus wissenschaftlichen Gründen, was die visuelle und mineralogische Erfassung angeht, sondern auch aus dem Grund, so weit ins nahe Infrarot reinzugehen, dass wir diesen Laserpuls sehen können. Das sind, glaube ich, ja, nämlich 1064 Nanometer. Kann man sich so eine Kamera vorstellen, dass die eine feste Optik hat? Oder kann man zoomen? Leider nicht. Das ist eine feste Optik. Wir sind in der Raumfahrt ja immer sehr, sehr darauf ausgerichtet, dass wir möglichst robuste Systeme verwenden. Jeder bewegliche Mechanismus ist ein Risiko. Das Filterrad muss sich natürlich bewegen können. Aber auch da haben wir natürlich Failsafe-Mechanismen für den Fall, dass da irgendwas stecken bleibt. Wir haben als einzigen weiteren beweglichen Mechanismus vorne vor der Hauptoptik, also vor dem Hauptfenster sozusagen, eine bewegliche Klappe, die während der Reisephase, während der Cruise Phase dafür sorgt, hoffentlich die uns schützt vor Mikrometeoriten-Einschlägen, vor direkter Einstrahlung von der Sonne, wenn das Raumschiff mal entsprechend ausgerichtet ist. Und sowohl diese Klappe als auch das Filterrad sind die zwei beweglichen Mechanismen, die wir haben, die beide Failsafe-Mechanismen haben. Das heißt, wir haben Mechanismen drin, die dafür sorgen, dass wir sowohl diese Klappe einmal aufsprengen könnten, falls wir die nicht bewegen können. Und auch das Filterrad kann auf eine neutrale Position bewegt werden, falls es da Schwierigkeiten geben sollte. Aber für einen Zoom-Mechanismus, das geht. Wir haben Kameras, auch zum Beispiel auf Mars-Rovern, die Zoom-Mechanismen haben. Das war in dem Fall aber A, gar nicht nötig für die Erfüllung unserer wissenschaftlichen Zielsetzung und B ist eben auch ein Risiko. Also im Prinzip überkomplex dafür. Ja. Und die Filter, da drängt sich mir eine Frage auf. Das heißt, ihr überfliegt Ganymed auch mindestens 13 Mal die komplette Oberfläche, um dann über das Filterrad alle 13 Filter einmal angewandt zu haben? Da bin ich jetzt tatsächlich gerade, das weiß ich gar nicht genau. Da müsste man den PI jetzt fragen. Alles klar, Entschuldigung. Aber das ist definitiv nicht der Fall. Also wir müssen da nicht 13 Mal drüber fliegen. Weißt du das genau? Ich glaube, die normale Operation Sequence ist so, dass halt das Filterrad sich einmal pro Sekunde weiter bewegt und dann halt ein Tag im Prinzip mit mehreren Filtern abgefahren wird. Die Bewegung ist ja dann gar nicht so groß während dieser einer Sekunde. Ja, aber spannend. Das wäre ja der andere Ansatz, das Filterrad relativ oft zu bewegen, relativ viele Aufnahmen in kurzer Zeit zu machen. Ja, aber das ist richtig. Also es bewegt sich sehr, sehr oft. Nicole hat ja gerade die zwei Mechanismen angesprochen. Also das Covermodul geht halt sehr selten auf und zu, aber das Filterrad wird halt sehr, sehr viel bewegt. Also da ist dann auch sehr viel Testerei gefordert, um halt die Lebensdauer davon zu garantieren. Genau. Das bedeutet aber auch, die Bilder sind immer gegeneinander versetzt. Das heißt, ihr habt zwar es komplett abgedeckt, aber die Bilder in den verschiedenen Wellenlängen sind nicht deckungsgleich. Das ist richtig, ja. Okay, sehr spannend. Du hast gesagt Filter und den Bereich, den man braucht, um Gala abzudecken. Da scheinen mir noch einige Filter mehr im Einsatz zu sein. Was könnt ihr darüber unterscheiden oder an Erkenntnissen gewinnen? Genau, es sind verschiedene Mineralien, auf die wir uns da natürlich stürzen wollen. Also verschiedenste Materialien, nicht nur Minerale, sondern auch Materialien wie der Tisch oder die Bodenoberfläche haben ja verschiedenste Eigenschaften. Das heißt, wenn man durch verschiedene Filterwellenlängen sich eine Oberfläche anguckt, sich ein bestimmtes Material anguckt, dann ist die sogenannte Reflektanz, also wie das reflektiert wird, das Licht in dieser bestimmten Wellenlänge, ist charakteristisch für das Material oder für das Mineral. Und wir können eben in diesen verschiedensten Filtern, kann man dann ein Spektrum erzeugen mit diesen 13 verschiedenen Punkten und diesen charakteristisch dann für ein bestimmtes Mineral oder ein Material, in unserem Fall natürlich Mineralien. Unter anderem, was wir damit anschauen wollen, ist, eines der Schwerpunkte der gesamten JUICE-Mission ist ja die Erforschung der unterirdischen Ozeane auf den Monden, von denen wir ausgehen. Wir haben verlässliche Hinweise von früheren Missionen, dass es unterirdische Ozeane auf diesen Monden gibt. Und in diesen Ozeanen sind Minerale gelöst. Die werden auf die Oberfläche gespült, werden auf der Eiskruste vorhanden sein. Und die können wir unter anderem durch diese Wellenlängen mit unseren verschiedenen Filtern dann diagnostizieren. Was bei Gala ja auch das wissenschaftliche Ziel ist, wie Kai schon gesagt hat, den Ozean quasi zu vermessen oder die Eisschicht darüber ist ja dann ähnlich. Gala macht das ja über die globale Abdeckung der Topografie. Aber es ist nicht nur das, es ist auch die zeitliche Varianz. Dafür gibt es die sogenannten Crossover-Points. Das heißt, es gibt mehrere Punkte bei Gala, die zur gleichen Zeit gemessen werden, äh, zu unterschiedlichen Zeiten gemessen werden, aber die gleichen Punkte sind. Damit kann man die Varianz der Tiden sind das im Prinzip vermessen. Der wird ja durch den Jupiter im Prinzip gut durchgeknetet. Und je nachdem, wie gut der durchgeknetet wird, kann man dann ein Modell danach fragen, wie dick dann letztendlich die Eisschicht ist. Man merkt einfach, bei der Entwicklung dieser Instrumente ist halt die Zusammensetzung so eines Institutes mit den verschiedenen Abteilungen echt ein Erfolgsgarant. Man hat die Idee, aus den wissenschaftlichen Abteilungen kommen und wie Christian jetzt ausgeführt hat, dort fließen dann schlussendlich auch die Daten zurück. Und alle im Institut sind mit ihren Kompetenzen daran beteiligt, sonst geht das nicht. Also du kannst nicht nur, oder mal ganz anders gesagt, machst du ein Lastenheft, so gut es auch sei, und gibst das nach außen an eine Firma, die Instrumente wären nicht so gut, wie wir das machen. Das sage ich jetzt mal etwas selbstbewusst hier. Ich sehe heftiges Nicken. Das wird uns auch von neutraler Stelle immer wieder bestätigt. Die Industrievertreter, die zuhören mögen, mir das verzeihen. Aber wenn eben so ein Kompetenzzentrum wie unseres mit diesem Herzblut über 15 Jahre so eine Aufgabe angeht und macht, da wird eben jedes Bit rumgedreht, bis es wirklich an der richtigen Stelle ist. Und da wird nicht Feierabend gemacht, sondern wir wissen, unser Instrument ist gut. Wir erkennen wirklich alles da drin, egal von wem es zugeliefert wurde. Das gilt für Janus und für Gala und für alle anderen. Und darum kommen da halt auch so gute Daten raus. Ich meine, wenn man halt an den Rand des technisch Machbaren geht, an vielen Komponenten, muss man halt auch echt den Durchblick haben und mit fähigen Leuten da rangehen. Da würde ich gerne nochmal ergänzen, denn du hast die lange Entwicklungsgeschichte angesprochen, die wir haben. Und die fängt ja nicht erst bei der Entwicklung der Instrumente an, sondern die fängt eigentlich schon bei der Definition der Mission an. Also wir haben Mitarbeiter im Institut, und da gehören wir eigentlich auch dazu, die schon bei der ersten Idee der Mission dabei waren. Und das läuft ja dann so, dass die Mission zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wirklich definiert ist, sondern irgendjemand hat irgendwann mal die Idee, dass es spannend wäre, zum Übeter zu fliegen. Oder dass wir aus vorhergehenden Missionen einfach noch so viele offene Fragestellungen haben, dass wir hinreichende Gründe haben, nochmal mit einer Mission dort hinzufliegen. Dann gibt es erstmal ein Science-Definition-Team, wo in der Regel auch unsere Wissenschaftler schon beteiligt sind, bei der man die grundsätzlichen Fragestellungen zusammen mit der ESA und allen interessierten Wissenschaftlern erörtert. Da gibt es dann verschiedene Taskgroups, die sich um verschiedene Fragestellungen Gedanken machen. Und da ist dann auch schon wichtig, dass man eben nicht nur die verschiedenen wissenschaftlichen Fachrichtungen an Bord hat, sondern dass man direkt schon Leute an Bord hat, Ingenieure und andere Fachrichtungen, die sagen können, okay, wenn wir diese Fragestellungen haben, dann brauchen wir aber die und die und die Techniken und müssen das und das machbar machen oder das und das auch noch entwickeln in den nächsten Zeiten. Und daraus kommt dann erstmal die Architektur der Mission zustande. Daraus kommt dann zustande, welche Instrumente an Bord sein müssen, wie die zusammengesetzt sein müssen und was eigentlich genau gebraucht wird. Und das ist auch wieder die Stärke unseres Instituts, dass wir sowohl die Wissenschaftler als auch die Ingenieure haben, die dann miteinander reden können, die diese Anforderungen übersetzen können und die dann auch helfen können, die Missionsarchitektur eigentlich umzusetzen. Warum wird da gedacht, wenn man jetzt an die Institute geht, an die WissenschaftlerInnen, an die IngenieurInnen, dass man sagt, wir haben ja eine Raumsonde mit maximal der Größe, wir können Solarpaneele machen, maximal X. Seht zu, was könnt ihr an Instrumenten vorschlagen? Oder wird gesagt, wir wollen folgende Erkenntnisse gewinnen mit der Mission, dann sammelt man und schaut dann, was man für eine Raumsonde braucht, um möglichst viel davon vielleicht unterzubringen. Warum ist das? Es geht eher in die Richtung, dass die Wissenschaft die Priorität erstmal ist, aber wir haben natürlich gewisse technische Rahmenbedingungen, die einfach nicht überschritten werden können. Also wir haben nur eine Startrakete, die X Masse tragen kann und auch die Größe der Solarpaneele für JUICE jetzt zum Beispiel, wenn wir konkret aufs Beispiel gehen, war am Rand des technisch Machbaren. Das heißt, es ist schon so, dass wir von der wissenschaftlichen Fragestellung ausgehen und uns dann überlegen, welche Instrumente und welche Techniken gebraucht werden, um diese wissenschaftlichen Fragestellungen zu beantworten. Dann kommt aber direkt der Gegenwind von der ESA und von den entsprechenden Leuten, die das technisch umsetzen müssen, die dann sagen, ja, Moment mal. Das ist ja ein ganz toller Strauß, ein Blumenstrauß. Ich benutze mal dieses Wort, was ihr euch da ausgedacht habt, aber wir müssen das dann doch leider etwas begrenzen. Und dann geht natürlich eine jahrelange Studienphase, das ist oft jahrelang los, in der wir uns genauestens überlegen müssen, nicht nur auf welche Instrumente man sich beschränken muss. Da muss man sich dann auch vorstellen, die Zusammensetzung der Instrumente ist dann wie ein Orchester, was eine Symphonie spielen muss am Ende. Das muss genauestens aufeinander abgestimmt sein, damit diese Fragestellungen beantwortet werden können. Aber dann muss man natürlich auch gucken, dass das Instrument an sich, deswegen sind das alles Prototypen, das Instrument an sich muss genau auf diese wissenschaftliche Fragestellung und auf die Missionsumgebung ausgerichtet und genau dafür designt werden. Und da kämpfen wir jahrelang um jedes Millivatt an Energie, um jedes Milligramm. Da gibt es jahrelang immer wieder Reviews, wo man sich dann rechtfertigen muss, warum das hier jetzt 10 Gramm mehr wiegt, als wir das vor zwei Jahren mal gesagt haben. Also das ist ein, deswegen nennt sich das Systemengineering auch, also man muss immer das Auge auf dem Gesamtsystem haben und es gibt gewisse Grenzen des Machbaren, die man… Und später kämpft man dann um jedes Bit von Daten. Auf dem Downstream, dass man eben möglichst viel von seinem Instrument zurückbekommen kann. Genau. Noch was zu dieser Anfangsphase. Ich finde es am Anfang ganz interessant, dazu gehört eben auch nicht nur zu wissen, was ist technisch machbar, sondern auch, was denn im Prinzip für ein Instrument, was sind da die Kostentreiber überhaupt? Das können Sachen sein, die gar nicht so offensichtlich sind, aber in dieser Trade-Off, in dieser Anfangsphase werden die von Kai angesprochenen Trade-Offs durchgeführt, aber auch eben geschaut, ja okay, was sind denn eigentlich hier die Kostentreiber und genau, das ist ja auch irgendwas, was für den Wissenschaftlern gar nicht so ersichtlich ist, aber das ist dann genau eine Kommunikation zwischen den Wissenschaftlern und den Ingenieuren. Mit den Ingenieuren irgendwas, sich ein Konzept auszudenken, was halt technisch umsetzbar ist mit den gewissen Rahmenbedingungen und… Also ich kann mir vorstellen, während dieser frühen Phase, wenn man jetzt überlegt, welche Instrumente könnte man denn mitnehmen, ich nehme das wahr, dass man sich bewirbt im Prinzip mit einem Instrumentenvorschlag, wir könnten mal dies und das tun. Was passiert denn, wenn es zu einer Zielsetzung ja im Prinzip konkurrierende Vorschläge oder mehrere Vorschläge gibt? Also in der Anfangsphase ist es im Prinzip so, ich habe das Science-Definition-Team erwähnt, das die wissenschaftlichen Schwerpunkte erarbeitet in gewissen Arbeitsgruppen. Es gibt parallel dazu normalerweise eine Arbeitsgruppe, die basierend auf den wissenschaftlichen Anforderungen Instrumentenvorschläge macht und das ist erstmal komplett konkurrenzlos. Das heißt, da gibt es erstmal Expertengruppen, die basierend auf Erfahrungen, die in dieser Gruppe vorhanden sind, sich überlegen, welche Instrumente wären jetzt nötig, um diese Fragestellung zu erarbeiten. Wenn das beides zusammenpasst, der Missionsvorschlag in Richtung wissenschaftlicher Zielsetzung und Instrumentenzusammensetzung und man eine grobe Missionsarchitektur hat, dann kommt es in der Regel zu einer Phase, wo sich dann die verschiedenen Gremien zusammensetzen und ein Anforderungsdokument entwerfen, das Techniken definiert. Das zum Beispiel sagt, wir brauchen eine Kamera, wir brauchen einen Spektrometer in dem und dem Wellenlängenbereich, wir brauchen einen Radiometer, wir brauchen einen Laseraltimeter und darauf können sich dann Instrumenten-Tipps bewerben. Das bedeutet aber nicht, dass man unbedingt hundertprozentig in diesem Anforderungskatalog bleiben muss, sondern man kann auch sagen, ich habe hier ein Instrument, das zum Beispiel verschiedene Techniken abdeckt und ich schlage das mal vor. Dann gibt es ein Review-Komitee aus Experten, die nicht nur von der ESA stammen, sondern die auch aus der wissenschaftlichen und technischen Community zusammengesetzt sind. Die das dann bewerten und die entsprechend dann auswählen, welche Instrumente tatsächlich in die erste Studienphase kommen. Dann sind wir aber immer noch nicht bei sogenannter Mission Adoption, dann ist die Mission immer noch nicht ausgewählt, sondern dann gibt es erstmal eine Studienphase, das ist dann sozusagen so eine Art Machbarkeitsstudie. Und wenn das durch ist und das auch wiederum begutachtet wurde von Experten aus der ganzen Community, dann kommt die Phase, wo sich wirklich für diese Instrumente beworben werden kann. Also das ist quasi ein Auswahlprozess auf zwei Ebenen. Die ESA hat immer verschiedene Missionen in Konkurrenz, die sich um einen Startplatz bewerben können oder eben als die Mission Adoption erfolgreich abschließen zu können. Also eine Mission, die dann auch weitergetrieben wird, wie beim Fußballturnier, einer gewinnt, viele fallen erstmal unter den Tisch, können sich aber oft weiterbewerben und werden dann mit verbesserten Proposals angenommen. Das ist also die Ebene der ESA-Missionen, wie Juice eine ist oder Plato oder BepiColombo und so weiter. Und dann in den jeweiligen Missionen bewerben sich auch Instrumente gegeneinander um einen Platz. Das ist dann oft ein großes Geschachere, mal im Guten, mal im Bösen. Es gibt mehrere Institute, die Kameras oder Spektrometer bauen können und erfolgreiche Konsortien. Und ja, das muss sich dann immer erst ein bisschen zurecht rütteln. Genau, wie Kai schon gesagt hat, das muss sich dann finden. Es gibt aber auch tatsächlich oftmals freundschaftliche Lösungen, dass man es eben schafft, sich zusammenzutun. Es kann sein, dass dann zwei Teams sagen, lass uns doch diese Kamera zusammenbauen. Das kommt auch vor. Natürlich ist es oftmals eine Konkurrenzsituation, wo dann auch mal jemand das Instrument eben nicht bekommt. Aber es gibt durchaus Lösungen, dass man eben auch kooperiert in verschiedenen Teams. Und die Teams sind ja auch sehr, sehr groß. Also es handelt sich eigentlich immer bei gerade so großen Projekten, wie es jetzt die Ernuss und Gala sind, um große internationale Konsortien, wo jeder halt irgendwas beisteuert, wo er ein gewisses technisches Know-how hat. Zum Beispiel bei Janus kommt jetzt die Optik nicht von uns, sondern von Italien und von der Firma Leonardo. Und genau deshalb ist halt in dieser Anfangsphase eben auch immer großes politisches Geschacher, wer halt welchen Beitrag auch leisten kann und wer leisten kann und darf und wer den Hut auf hat am Ende. Das heißt, da ist auch ein gewisser politischer Prozess, der dann sich in diesen Anfangsphasen durchspielt. Gerade kam schon mal der Downstream zur Sprache, wo ich den Eindruck hatte, da gibt es dann auch Geschacher, wer kann wie viele Daten bekommen. Sehr gut ausgedrückt. Inwiefern? Was soll man sagen? Es gibt eine Antenne, es gibt zehn Instrumente und die Physik kann man nicht dehnen. Mögen die Spiele beginnen. Ja, richtig. Wobei Physik gehen finde ich ganz spannend. Ich weiß, ihr seid nicht für den Satellitenbus zuständig. Frage wollte ich trotzdem stellen. Wisst ihr, welche Modulationsverfahren zum Einsatz kommen? Ich habe was über Frequenzen. Nicht schlimm. Ich hoffe, wir haben irgendwann oder Lars hat irgendwann die Chance, mal mit jemandem zu sprechen, der den Bus verantwortet. Da kann man sich ja noch ganz spannende Fragen stellen. Ich hatte halt was zu Frequenzen gefunden, aber nicht zum Modulationsverfahren. Und das ist ja so ein bisschen, nicht der Weg um die Physik, aber damit lässt sich ja einiges dehnen. Damit kann man ja mehr Daten in die gleiche Zeit quetschen. Und insofern wären da ja moderne, hochentwickelte Modulationsverfahren spannend. Aber auf der anderen Seite ist ja vieles in der Raumfahrt doch auch berechtigterweise ein bisschen abgehangene Technik und nicht das Neueste aus dem Mediamarkt. Also ich denke, eine aktuelle Playstation oder so, die hat möglicherweise mehr Leistung als die Juice. Die wäre aber auch nach zehn Minuten Weltraum kaputt. Genau, deswegen finde ich das ein total legitimen Trade-off. Und da finde ich immer spannend, wo stehen wir da gerade? Was geht man noch ein und was geht man nicht ein? Wo ist man da eher konservativ? Also bei Juice gibt es das Radio-Experiment. Das, ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Das heißt mal Pride. Pride, danke, genau. Das ist auch zur genauen Lokalisierung zuständig und glaube ich auch für den Downlink. Das hat die große Antenne und X-Band und wie sie alle heißen. Aber die... KA, glaube ich. Ja, genau, KA und X. Aber die Datenrate ist halt, ja, mit dem Start vorgegeben. Ja, genau. Da kann man nicht mehr dran drehen. Nein, nein, dass man da im Flug nicht mehr, rein softwareseitig, nicht mehr dran drehen kann. Davon bin ich ausgegangen. Aber die Technik wurde ja vor vielen Jahren ausgewählt, Implementierung begonnen und genau. Also Juice hat für die Raumfahrt-Technik einen erstaunlich großen Hauptspeicher oder Data-Storage von einem Terabyte ungefähr. Das ist schon viel. Klar, hier auf der Erde hat man das, aber auch hier hat man die Festplatte in der Schublade liegen und wir sind halt am Jupiter. Und Juice hat eine vergleichsweise hohe Datenrate. Man kann also ein großes Datenvolumen pro Tag zur Erde senden. Also ein typischer Ganymed-Orbit sieht so aus, dass 16 Stunden lang Daten aufgenommen werden, die Instrumente operieren. Zum Beispiel Gala halt 16 Stunden macht Messungen. Dann dreht sich die Raumsonde mit ihrer zweieinhalb Meter großen High-Gain-Antenne zur Erde hin und sendet alle aufgenommenen Daten runter. Und da reden wir, glaube ich, um Gigabytes pro Tag. Also andere Missionen, die waren froh, in den Megabyte-Bereich zu kommen. Wir können schon ordentlich was durchpusten. Ja, ich habe irgendwo die Zahl zwei Gigabyte am Tag im Kopf. Ja, das ist genau so. Ich weiß nicht mehr, wo ich sie her habe. Ich kam da auch gerade im Hinterkopf im ESA-Launch-Kit, was ich mir irgendwann mal durchgelesen habe. Da stand der ein Terabyte für den Hauptspeicher drin oder für Data-Storage. Und ja, wie du sagst, ein, zwei Gigabyte pro Tag. Und das ist schon eine Menge. Es gibt Instrumente, die machen ganz wenige Datenraten, aber wir vom Laser-Altimeter sind so im Mittelfeld. Nicole mit der Kamera braucht natürlich ganz viel Bilddaten, muss ich hier in der Runde oder bei der Hörerschaft nicht erklären. Das ist natürlich dann schon viel. Ja, aber das ist halt so. Und ja, das ist dann aber auch, um auf das Wort Geschachere zurückgekommen, es wurde dann halt aber auch irgendwann mal anhand dieser Science Definition festgelegt. Ich meine, man hat ein gemeinsames Ziel. Und da geht es halt nicht, dass jetzt ein Instrument von einer Ressource, zum Beispiel Daten, 90 Prozent zum Beispiel beansprucht, weil es dann, weil dann diese Symphonie der Instrumente nicht mehr funktioniert. Dann hast du eine laute Trompete, aber das Orchester klingt total Schrott. Und darum muss das alles ordentlich austariert werden. Aber auch in der Diskussion geht es natürlich immer um die wissenschaftlichen Zielsetzungen. Das heißt, das ist zwar, es kommt durchaus schon mal zu einem Geschachere, um das Wort nochmal erwähnen zu dürfen. Wir sind auch nur Menschen, aber natürlich geht es da nicht nur um Eigeninteressen der Instrumente, sondern es geht um die Symphonie. Und die Symphonie hat als Ursprung die wissenschaftliche Zielsetzung. Das heißt, es geht immer darum, welche Messungen werden notwendigerweise benötigt, um diese Fragestellungen zu beantworten. Und auch da gibt es dann natürlich einen entsprechenden Share der Datenmengen, um genau das Ziel zu erreichen. Gibt es Algorithmen in den Instrumenten, in der Software, die eben erkennt, zum Beispiel dieses Bild ist schlecht, dieses Bild müssen wir gar nicht übertragen, weil es ist offensichtlich unscharf. Da gibt es ja inzwischen durchaus Möglichkeiten, solche Dinge zu erkennen. Es gibt gewisse Algorithmen, aber wir sind immer zögerlich zu viel, ich nenne es jetzt mal KI einzusetzen, denn das sind wissenschaftliche Datensätze. Und gerade bei Bilddaten ist eine Vorbearbeitung immer in der Hinsicht gefährlich, dass man mit einer Bearbeitung natürlich auch gewisse Eigenschaften der Bilder verändern kann. Man kann zum Beispiel, wenn ich einen gewissen Filter drüber laufen lasse, dann kommt es unter Umständen dazu, dass ich zwei, drei, vier verschiedene Pixels zum Beispiel binne. Dann verliere ich aber die Informationen, die ich in einem Pixel zum Beispiel habe, weil ich superponiere über die vier Pixel. Das bedeutet, wenn ich da ein ganz, ganz kleines Feature in dem Bild habe, was zum Beispiel für eine wissenschaftliche Hochsensation sorgen könnte, dass ich die unter Umständen wegfiltere und die gar nicht mehr sehe. Ja, ich meinte, wenn ein Algorithmus erkennen würde, dieses Bild ist aus irgendeinem Grunde nichts geworden, dass man eben in dem Moment Entscheidungen, eine automatische Entscheidung treffen lässt, dieses Bild eben gar nicht zu übertragen oder zu speichern. Autonomie wird vermieden. Also nur im äußersten Notfall kommen solche autonomen Systeme zum Einsatz. Genau. Und was wir aber auf vielen Missionen benutzen und was auch auf Juice zum Einsatz kommen wird, sind sogenannte Thumbnails. Das heißt, wir können, wir müssen nicht direkt das Bild mit der gesamten Auflösung runterladen, sondern wir können uns eine kleine hochkomprimierte Vorversion anschauen, in der nicht nur ein Algorithmus, sondern auch wir selber drauf gucken können und sagen können, da sieht man jetzt zum Beispiel nicht das, was wir sehen wollen. Und da muss man die komplett große Version nicht runterladen. Und ein ramponiertes Bild ist eine interessante Information, nämlich das, was nicht funktioniert. So. Und da musst du erstmal hergehen und sagen und gucken, warum funktioniert dieses Bild nicht und diesen Fehler schnellstmöglichst abstellen, sonst sind halt viele andere Bilder auch nichts geworden. Wie schon erwähnt, da hat man so ein Trade-off auch wieder, was filter ich aus und was sollte ich behalten. Aber wie bei WebGala haben da auch sowas ähnliches und können gewissermaßen vorsortieren. Christian. Ja, wir nutzen das System der Autonomie eher um mehr Daten im Falle des Falles, also ähnlich im Prinzip wie bei der Kamera mit den Thumbnails. Aber nicht so, dass wir uns erst die Thumbnails angucken, sondern dass, wenn uns ein Puls komisch vorkommt, dann speichern wir den in voller Schönheit nochmal ab. So, nach diesem Schema läuft das, also bei uns andersrum im Prinzip. Nee. Und dann gucken wir uns an, warum sah der denn so komisch aus? Vielleicht muss der auch so komisch aussehen, das wissen wir ja noch nicht. Welche Dimensionen hat denn so ein Puls? Also welche Informationen könnt ihr denn im Extremfall aufnehmen? Weil naiv würde man ja so einen Puls, denke ich, binär betrachten. Wir schickt das ab, ihr kriegt was zurück, wir haben zwei Zeitpunkte und ein Delta. Genau. Schlussende. Oder? Das wäre ja die einfache Annahme. Aber da könnte man ja nicht mehr drüber erfahren. Genau. Wenn das alles wäre. Also ich nenne sie ja immer unsere Hochgeschwindigkeits-1-Pixel-Digitalkamera. Die arbeitet mit 200 Megahertz. Und wenn man jetzt die 200 Megahertz nur nach einem Ja oder Nein fragt, ist die Ausbeute in der Time-of-Flight, also in der Range, relativ begrenzt. Deswegen nimmt man sich immer so ein genanntes Sampling-Window auf. Also man nimmt sich in unserem Fall 64 Samples auf, die von unserer APD kommen, also von Pixel, wo man sieht auch, wie hell die waren. Daran fittet man eine Kurve, einen Gauss und kann dann den Zentroid bestimmen, der Subpixel genau ist. Und schickt dann diese Information ab. Deswegen, also das sind immer 64 Samples aus dem Empfangsfenster, sage ich mal. Dann gibt es da noch die vier Familien, die Kai schon erwähnt hat. Da kann man die Hardware so verwenden, dass sie auf unterschiedliche Formen anspricht, also unterschiedliche Pulsbreiten oder auch unterschiedliche Stärken. Dass man einfach sagt, okay, das war mein stärkster Kandidat, der kommt da immer in die erste rein. Dann kommt der Zweitstärkste, der kann ja auch noch irgendwo in dem Puls sein. Und je nachdem, wie stark dann die anderen Kandidaten sind, entscheidet man dann auch, naja, wie viele Kandidaten will ich denn sehen. Denn ich weiß vielleicht gar nicht, welcher der richtige Return-Puls war. Okay, spannend. Und ihr habt nicht nur die zeitliche Dimension, sondern du sprachst gerade von Pixeln. Das heißt, das ist ein zweidimensionaler… Das ist eindimensional. Ah, das ist eindimensional. Das ist nur in der Zeit. Das ist nur in der Zeit. Ja, das ist ein Pixel, digital kann man raten. Ah, genau. Aber der misst über die Zeit verschiedene Intensitäten. Genau, so sieht es aus. So ein bisschen vielleicht wie heute bei der Rakete, da wurde der Schalldruck auch stieg an und flachte später wieder ab. Genau, solche Kurven. Solche Kurven hat man. Ja, spannend. Cool. Also vielleicht noch dazu ein kleines Detail, die Daten von dem ADC, die sind 12 Bit pro Sample. Sehr gut. Vielen Dank. Und unsere Ein-Pixel-Digitalkamera kann mit verdammt kleinen Lichtmengen arbeiten. Also wir sind dort im Bereich von ein, zweihundert Photonen, aus denen unsere tolle Elektronik mit den Algorithmen eben noch einen Puls herauslesen kann. Das ist im Bereich von AttoJoule. Jetzt kann jeder die Größenordnungstabelle in Wikipedia runtergehen. Das ist weit unten. Und ja, das war dann eben auch eine Herausforderung bei dem Instrumentendesign, diese Vorgabe der Wissenschaftler zu erfüllen, ein so rauscharmes Instrument zu entwickeln, dass man eben diese verdammt kleinen Lichtmengen auch noch zuverlässig detektieren. Und daraus noch einen Puls absampeln kann, der dann in der Elektronik, die Christian beschrieben hat, eben zugeordnet werden kann. Also was will mir dieser Puls sagen? Nochmal kurz. Das heißt, im Normalfall, wenn alles funktioniert, übertragt ihr nur die Laufzeit und damit die Distanz zur Oberfläche. Genau. Zusammen noch mit der Pulsbreite. Pulsbreite, okay. Das andere wären eher so Debug-Daten. Da würde man wahrscheinlich während der Commission-Phase reingucken, sich ein Bild machen. Und die braucht man, wenn es sauber läuft, nicht. Für das Hauptziel nicht, sage ich mal. Also es gibt Sekundärziele in der Wissenschaft, wo es dann darum geht, die Rauigkeit der Oberfläche zum Beispiel zu bestimmen oder verschiedene Formen, ob man auf einen Boulder geschossen hat oder so. Das steckt auch in diesen Daten. Da muss ich aber auch einfach sagen, wir wissen noch gar nicht, ob wir das aus den Sample-Daten rausbekommen können. Aber da kommen dann halt auch auf der Erde dann solche Spielchen mit KI dazu, dass man die KI nutzt, um dann die Daten zu analysieren. Aber dann wirklich die Roh-Daten und nicht die. Aber ob ihr die Roh-Daten vollständig übertragt oder ob ihr eher die vorprozessiert und das wird sich dann jetzt im Laufe der Mission dann noch zeigen oder habt ihr genug Downstream für das Instrument, um die Roh-Daten runterzukriegen? Nicht immer. Sekundärziele. Es gibt zwei Hauptfälle, um Roh-Daten zu bekommen. Also wirklich, wir nennen das Sensordaten, wo du über die mehreren Millisekunden-Range-Window wirklich jedes Bit, die dort empfangen wird, runterlädst. Das ist eine vergleichsweise große Datenmenge. Da wird nicht vorsortiert und das machst du im Fehlerfall natürlich, aber du kannst es auch programmieren. Also wenn dann später im Mission Planning rauskommt, wir fliegen genau um diese Uhrzeit jetzt über diesen Krater, der zum Beispiel frisch ist. Und die Janus guckt drauf, die Spektrometer gucken drauf, weil frisches Eis ist und wir gucken drauf. Um jetzt wirklich eine exakte Höheninformation und ein Profil dieses Kraters zu gewinnen, dann werden wir für mehrere Sekunden unsere Pulswiederholrate hochschrauben auf die 50 Hertz. Und dann auch mit voller Datenauflösung eben dieses spezielle Feature aufnehmen können. Und diese Möglichkeit gibt es der Konzentration, also das Konzentrieren von Ressourcen auf die wirklich interessanten Dinge. Dafür ist das Instrument auch ausgelegt. Das finde ich ein sehr schönes Beispiel und nachvollziehbar, wo man dann welche Entscheidungen trifft und wo es dann auch erwartbar Sinn macht, mehr Daten einzusammeln. Ihr habt schon gesagt, für euch dauert es jetzt noch ein paar Wochen, bis es für euch in die nächste heiße Phase geht mit Janus und Gala. Wie sieht es dann aus? Ja, wir gehen jetzt dann in die sogenannte Near-Earth-Commissioning-Phase. Das heißt, solange unsere Raumsonne noch sich im Einflussbereich der Erde befindet, haben wir Zeit, um die Instrumente alle auszutesten, um sogenannte Functional Tests durchzuführen. Das wird für uns, für Janus unter anderem auch sehr spannend, denn wir werden das erste Bild aus der eigentlichen Missionsumgebung von unserer Kamera bekommen. Man muss sich ja vorstellen, die Kamera ist, Kai hat schon angesprochen, sie muss natürlich sehr rauscharm sein, sie muss aber auch eine sehr, sehr hohe Abbildungsqualität besitzen und sie muss aus sehr großen Distanzen aufnehmen. Das heißt, die Optik ist so gebaut, dass wir eine große Auflösung aus weiten Distanzen bekommen für mehrere hundert Kilometer, teilweise mehrere tausend Kilometer. Wenn man die Kamera auf der Erde testet, in Laboren, dann kann man diese Distanzen nicht abdecken. Das heißt, wir haben eigentlich noch gar nicht wirklich ein Gefühl dafür, wie gut unsere Abbildungsqualität real tatsächlich ist in diesen weiten Distanzen. Das wird ein ganz spannender Moment für uns. Wir haben natürlich Modelle, da kommen wir wieder dazu, was wir vorher schon mal besprochen haben. Modellierung und Simulationen sind natürlich ein ganz wichtiger Teil der Entwicklung. Das ist natürlich alles sehr, sehr bis ins Detail herein modelliert und berechnet worden von unseren Ingenieuren auch. Aber ob das tatsächlich dann im Zusammenspiel zu einem Instrument führt, was die Abbildungsqualität hat, die wir brauchen, das werden wir erst sehen, wenn wir das erste echte Bild bekommen. Noch ein interessantes Detail zum Testen von der Abbildungsqualität auf der Erde. Da ist man zum Beispiel dadurch durch die Gravitation der Erde selbst begrenzt. Das heißt, der Spiegel selbst deformiert sich unter der Gravitationskraft der Erde so sehr, dass man genau den eigentlichen Fokuspunkt der Kamera erst im Zusammenspiel zwischen den Tests und einer Simulation bestimmen kann. Und dann halt, wie Nicole gerade schon gesagt hat, im Endeffekt erst im All. Genau, ein weiteres Problem ist, dass diese Abbildungsqualität auch stark begrenzt ist durch die thermalen Verhältnisse. Wir machen natürlich Thermal-Vakuum-Tests auf der Erde, aber das ist ein sehr, sehr diffiziles Gleichgewicht. Also wir müssen nicht nur den Bildsensor in einem sehr engen Temperaturbereich halten, um das entsprechende Signal-Rausch-Verhältnis zu garantieren, was wir für eine gute Abbildungsqualität brauchen, sondern die Spiegel im Teleskop dürfen sich auch nicht verziehen. Wir sprechen da von Toleranzen, da geht es um Mikrometer teilweise. Das heißt, es uns hat einiges Kopfzerbrechen in der Entwicklung bereitet, wie wir das Teleskop, das eine Invar-Struktur ist, also es ist aus Invar gebaut, wie wir das entsprechend thermal stabil halten, sodass wir innerhalb dieses Mikrometer großen Bereiches bleiben, in dem sich die Spiegel nur maximal verziehen dürfen, damit die Abbildungsqualität noch gewährleistet ist. Da haben wir also verschiedene Heizer und eine thermische Kontrollschleife in dem Teleskop, die in der Hauptelektronik angesteuert werden. Und auf der anderen Seite muss eben der Bildsensor auf einem sehr engen Temperaturbereich gehalten werden. Da haben wir einen Anschluss an Radiator auf dem Juice-System und da haben wir mechanisch auch so einige Kopfschmerzen gehabt bei dem Interface. Ja, das ist richtig. Also der Bildsensor, der wird bei minus 40 Grad gehalten konstant, um halt dieses Signal-Zurrausch-Verhältnis zu garantieren. Und genau, das ist natürlich eine sehr spannende Struktur zu entwerfen, die halt diese starken Thermalgradienten aushalten kann. Gerade fehlt ein Stichwort Inva. Was ist das? Inva ist eine bestimmte Legierung, eine bestimmte Stahllegierung, die halt einen sehr, sehr geringen thermalen Ausdehnungskoeffizienten hat. Das heißt, man kann das Teleskop dann halt bei Raumtemperatur testen und sich sicher sein, dass es dann bei minus 40 Grad sich ungefähr noch genauso verhält. Beim Stichwort Kamera assoziierte ich gewisse Diskussionen mit der Rosetta-Mission, wo eben von der wissenschaftlichen Kamera, sagen wir, mit den Bilddaten, soweit ich weiß, erstmal so ein bisschen der Daumen drauf gehalten wurde. Und das wurde, glaube ich, teilweise recht kontrovers diskutiert. Wie ist es mit den Daten von Juice? Das ist das sogenannte heiße Eisen. Ist das ein empfindliches Thema? Jein. Also ich kann mal von anderen Missionen vielleicht aus dem Nähkästchen plaudern. Ich bin ja unter anderem auch an der Perseverance-Mission beteiligt. Da haben wir, also der NASA Mars Rover, da haben wir das jetzt so geregelt, dass wir tatsächlich über ein Bildjournal, was von der NASA betrieben wird, sämtliche Bilddaten der Mission täglich rausgeben. Die sind einfach frei. Was wir nicht rausgeben, ist die Bearbeitung und die Kalibrierung. Denn man muss ja auch immer sehen, dass das ist ein wissenschaftliches Instrument, was von einem Team über, im Fall von Juice zum Beispiel, 15 Jahre entwickelt worden ist. Und wenn wir die Bilddaten in der kalibrierten Version, in der bearbeiteten Version täglich an die Öffentlichkeit rausgeben, dann können auch Entdeckungen, die wir natürlich gerne machen würden, von konkurrierenden Teams gemacht werden. Das heißt, wir behalten uns natürlich schon immer vor, dass wir gerne unsere Daten zuerst anschauen möchten. Das ist gerade bei Bilddaten aber das sprichwörtliche heiße Eisen. Denn natürlich hat die Öffentlichkeit, die unsere Mission ja auch über Steuergelder finanziert, ein Recht darauf, auch täglich auf dem Laufenden gehalten zu werden. Das heißt, wir bemühen uns sehr, auch im Juice-Team, im Janus-Team und auch in allen anderen Missionsteams, da diesem Gleichgewicht gerecht zu werden. Auf der einen Seite die Öffentlichkeit zu informieren, Bilddaten rauszugeben, auch schnell rauszugeben und auf der anderen Seite aber auch zu gewährleisten, dass wir als Wissenschaftler unsere Bilddaten analysieren können und die Veröffentlichung schreiben können. Also das stimmt alles. Und wenn man dann noch weitergeht und sagt, was kann die Öffentlichkeit mit den Daten machen? Die Daten werden schlussendlich für jeden verfügbar bereitgestellt. Nicht sofort aus den Gründen, die Nicole genannt hat, sondern erst nach einigen Monaten sind die herunterladbar in den Archiven bei NASA und bei ESA. Und dann kann sich jeder Hobby-Planetenforscher hinsetzen und die selber prozessieren. Das ist keine einfache Aufgabe. Man muss sich genau mit dem jeweiligen Instrument beschäftigen. Man muss sich reinlesen in die Kalibration, sonst kriegt man bunte Bildchen, aber bunte Bildchen sind nur bunt und nicht immer richtig. Und das kann also jeder. Das ist also auch ein toller Aspekt eigentlich dieser öffentlichen Förderung, dieser steuerfinanzierten Förderung. Dass wir unsere Wissenschaft nicht im Elfenbeinturm behalten. Man kann Kameradaten prozessieren. Es gibt auch viele Hobby-Astronomen, die sich dann wirklich diese Daten besorgen, auch häufig auf täglicher Basis. Und dann in den sozialen Medien einfach die selbstprozessierten Bilder zeigen. Das ist toll und das möchte ich nun betonen. Genau, das ist ein sehr guter Punkt. Da würde ich auch gerne nochmal eingreifen, denn wir sind tatsächlich sehr, sehr froh auch über jeden Hobby-Wissenschaftler, der sich damit einschaltet und unsere Daten anschaut und sie auch mit prozessiert. Und bei anderen Missionen haben wir es auch so, dass wir speziell auch Webseiten einrichten für unser Instrument, auf der wir auch eine spezielle Unterkategorie haben für prozessierte Bilder aus der Öffentlichkeit, die wir gerne auch mit aufnehmen und die wir auch mit dort draufstellen und wo wir auch Foren anbieten, dass wir diskutieren. Wir haben dann eine gewisse Periode, in der wir die Daten von der Mission in vom Team prozessierter Form intern halten. Die werden aber dann freigegeben, nachdem eine gewisse Periode verstrichen ist, aber die Bilddaten, die sofort freigegeben werden, die sollen bitte von jedem prozessiert werden und die schauen wir uns auch gerne an und die nehmen wir auch gerne mit in unsere tägliche Diskussion auf. Aber wie Kai auch schon richtig gesagt hat, muss man eben immer berücksichtigen als Wissenschaftler, dass jede Form der Bearbeitung eben unter Umständen auch Informationen überdecken kann, rausfiltern kann. Das heißt, wir als Wissenschaftler müssen auch vorsichtig sein bei bestimmten Bearbeitungsmethoden. Ja, oder eben auch Artefakte oder Dinge schaffen. Genau, ja, richtig. Also wir können auf der einen Seite Informationen verlieren, wir können aber auch Informationen dazugewinnen, die aber falsche Information ist, die uns in die Irre lockt. Wie ist das mit Rohdaten von Instrumenten? Wollen wir zum Beispiel Höheninformationen von Gala? Ist sowas auch irgendwann verfügbar? Angenommen, jemand könnte damit dann irgendwas anfangen mit solchen Daten. Also die werden verfügbar sein. Damit kann man tatsächlich was anfangen, denn wir veröffentlichen, wie unser Instrument funktioniert. Wir werden zu den Daten sagen, welche Art von Kalibration diese Daten schon unsererseits durchlaufen haben und was man als Interessierter mit den Daten machen kann und machen sollte. Und dann kann sich jeder im Endeffekt sein eigenes Höhenmodell vom Ganymed errechnen. Das ist dann der Fähigkeit des Hobbyastronomen überlassen. Jetzt ist JUICE unterwegs. Es wird acht Jahre dauern zum Jupiter ungefähr. Jetzt sitzt ihr nicht an eurem Schreibtisch und wartet acht Jahre. Wie geht es für euch weiter? Was macht ihr in der Zwischenzeit? Im Gegensatz zu anderen Missionen, die in so eine Hibernation-Tiefschlafphase gehen, wird das bei JUICE nicht der Fall sein. Da wir heute am 14. April gestartet sind, werden wir sehr sicher einen Mond-Erde-Vorbeiflug haben in ungefähr einem Jahr. Wir schrammen an ihm vorbei in 70, wir werden an dem Mond in ungefähr 750 Kilometern Höhe vorbeifliegen. Das ist ein gefundenes Fressen für die Instrumente. Und dann kommt ungefähr, ich werde jetzt nicht den Mission, den Cruise-Fahrplan vorbeten, aber ich sage mal, im Zweijahresrhythmus ungefähr wird sich immer wieder ein Flyby ergeben, der dann in unterschiedlichen Abständen an unterschiedlichen Planeten stattfinden wird und dann auch die Instrumente immer wieder beschäftigen wird. Ja, und wir haben es ja eben schon angesprochen, wir arbeiten in einem tollen Institut, das zum Glück auch an sehr vielen anderen Missionen beteiligt ist, sowohl an Missionen, die gerade in der aktiven Phase sind, als auch an Missionen, die gerade erst entwickelt werden und auch an Missionen, die gerade erst definiert werden. Das heißt, uns wird auch außerhalb von JUICE nicht langweilig werden. Ich persönlich bin zum Beispiel auch an der NASA-Mission Perseverance beteiligt, der NASA-Rover, das heißt, ich verbringe einen guten Teil meiner Arbeit auch mit täglicher Planung der Rover-Aktivitäten. Wir haben da wirklich täglich Konferenzen, wo wir definieren, was der Rover jeden Tag so auf dem Mars treibt und ich schaue mir auch die Daten an, analysiere die Daten. Wir haben es angesprochen, andere Kollegen hier sind auch an der Definition von Missionen beteiligt, wie Venus-Missionen. Wir haben Baby Columbo, der demnächst in die aktive Phase gehen wird. Wir arbeiten auch daran, dass wir mit der ESA Missionen definieren, die in der Zukunft wieder auf dem Mond landen sollen, denn die ganze wissenschaftliche Community schrebt auch wieder so ein bisschen Richtung Mond. Also wir haben eine Menge Aktivitäten, die uns auch außerhalb von JUICE beschäftigen. Uns wird da also definitiv nicht langweilig werden. Wie geht es bei dir weiter? Also von Gala ist jetzt noch ganz viel zu tun, denn ich bin immer noch in der Ops-Phase zum Teil mit drin als Softwareentwickler, aber auch ein Software-Update steht auch noch an, wo ein paar kleinere Bugs noch behoben werden und auch noch eine Kompression wahrscheinlich noch mit eingeführt wird für unsere Daten, dass wir im Prinzip mehr Sample-Daten am Ende bekommen. Ja und ich bin bei der Envision-Mission jetzt eingeteilt. Da sind wir mit der Ventspec-Spektrometer-Suite jetzt in der Konzeptionsphase, wo wir jetzt uns ein neues Instrumentenkonzept überlegen und das soweit ausdefinieren, dass wir es dann nach der Mission Adoption nächstes Jahr in die Umsetzungsphase bringen können. Also meinerseits, wir haben jetzt zwei Laser-Altimeter ins Weltall gebracht. Ich sage immer, die Dinger sind toll, aber sie sind auch groß und leistungshungrig und natürlich möchte man immer alles klein und besser machen und daran arbeiten wir. Aber dazu sage ich nichts. Da wird man wahrscheinlich dann in der Zukunft irgendwann mal von hören. Und da bin ich mir sicher. Ich wäre meinerseits mit den Themen so ein bisschen durch. Gibt es doch irgendwas, was irgendjemand loswerden möchte? Pablo, welche Frage liegt dir auf der Zunge? Wenn man mich so fragt, eigentlich dachte ich, da wir jetzt schon so lange reden, stelle ich die Frage, die mir noch ein bisschen auf der Zunge brennt, wenn die Mikros aus sind. Aber mit der Steilvorlage, mich interessierte tatsächlich was, wie die Soft- und Hardware-Architektur von Gala, also die Computerseite aussieht. Kriege ich da einen kurzen Rundown? Was steckt für ein Rechner drin? Was für eine CPU-Architektur? Betriebssystem, Programmiersprachen? Kann ich versuchen, ganz kurz abzuarbeiten. Also in Janus und Gala stecken dieselben Architekturen drin, also diese sogenannten Data-Processing-Module. Das sind Spark-Prozessoren. Die laufen mit 50 MHz. Das sind 32-Bit-System. Beide haben, glaube ich, 128 MB RAM. 2 MB Flash-Speicher, also quasi für die Festplatte. Da muss aber auch schon die Application-Software drauf. Das ist alles in C programmiert. Und das Betriebssystem wird mitkompiliert. Das ist, um das Ganze sparsam zu machen. Das ist RTEMS. Da wird nur das mitkompiliert, was man da tatsächlich braucht, um es möglichst klein und effizient zu halten. Und ja, C, das habe ich schon gesagt. Das sind so die Kern-Details. Ach so, nach außen kommuniziert wird natürlich mit Spacewire. Das ist sowas ähnliches wie Ethernet in 100 MBit Full Duplex. Ansonsten, ja, da sind natürlich noch viele Spezial-FPGAs am Laufen, die die Hochgeschwindigkeitsprozessierung machen. Bei Janus die Bilddaten verarbeiten. Bei Gala auch das Fitting machen. Das ist, aber das ist dann halt meine Aufgabe als Softwareentwickler, so ein bisschen Dirigent zu spielen im Instrument, die ganzen Units zusammenzuhalten und im richtigen Takt alles tun zu lassen, was sie tun sollen. Ja, sehr gut. Das, ja, befriedigt dann den Software- und Hardware-interessierten, den Computer-Menschen. Vielen Dank. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir hier allmählich zu einem Ende. Es ist super, dass ihr alle hier wart und euch alle Zeit genommen habt, hier ein bisschen zu plaudern. Vielen, vielen Dank nochmal. Viel Erfolg mit euren Instrumenten, mit der Mission JUICE. Und da werden wir bestimmt noch ganz tolle Sachen hören. Vielen Dank. Ja, danke schön. Spaß gemacht. Ja, vielen Dank. Die Kommissionierungsphase von JUICE lief eigentlich ganz gut, bis es zu Problemen mit einem Antennenmast kam. Dieser Mast gehört zum RIME-Instrument, ist 16 Meter lang und für den Start zusammengefaltet. Während der Kommissionierung sollte der Mast entfaltet werden, er klemmte aber. Nach rund zwei Wochen mit verschiedenen Versuchen konnte das Problem gelöst werden. Ignacio Tanko ist JUICE Spacecraft Operations Manager beim Europäischen Raumflugkontrollzentrum der ESA in Darmstadt. Ich hatte beim Besuch in Darmstadt die Möglichkeit, mit ihm über die Probleme und die Lösung mit dem Antennenmast zu sprechen. Das folgende Interview ist auf Englisch und 16 Minuten lang. Ich denke, meine übliche Voice-Over-Übersetzung ist zum Hören dafür zu anstrengend, deswegen lasse ich das Interview im Original inklusive meiner Fehler im Englischen. Danach gibt es eine kurze Zusammenfassung auf Deutsch. Es folgen nun also 16 Minuten auf Englisch, Kapitelmarken im Podcast helfen auch beim Springen, wenn nötig. Mein Name ist Ignacio Tanko. Ich bin der Spacescraft Operations Manager für die JUICE-Mission. Was ist dein Karriere Weg in diese Position? Was hat dich hier gebracht? So I come originally, well, I've been doing interplanetary operations for a long while. I landed here from the US, so I studied in an American university. From there, once I graduated, I landed a job at Iridium. This was a constellation of satellites that was operated by Motorola at the end of the 90s. The constellation was eventually brought up by the US government and non-US nationals were encouraged to find other employments. And so I ended up operating a spacecraft called Artemis in the launch in Italy. This was in the year 2000. And after that, I landed a job here in Darmstadt for the Rosetta launch, which back then was planned in 2003. I arrived here in Darmstadt in 2001. Since then, I've worked in pretty much all the interplanetary missions that we have launched since then. So Rosetta, briefly Mars Express, Venus Express, Solar Orbiter, BepiColombo. And now I'm doing JUICE. Operations Manager for JUICE, what are your responsibilities there? So I lead the flight control team. This is the team that is in charge of executing all the operations on the spacecraft. So we plan, we verify, validate, execute, and then confirm that all the operations have gone according to plan. How is JUICE doing right now? Okay, so as of today, we are recovering the spacecraft from an incident that occurred overnight that interrupted briefly the commissioning operations. But we are well advanced in the commissioning phase. So the spacecraft is healthy. And we are well advanced in the process of confirming that all the instruments and all the subsystems on board survived the launch and are in a good state to carry on operations for the coming phase, which is the cruise. What has been done after the launch so far? Oh, well, quite a bit. So the most critical phase that we had after launch was first the initial acquisition and then the confirmation of the deployment of the appendages. So JUICE is a spacecraft that lies in a rather complex flight configuration with many appendages deployed. Of course, when you launch, all of this is retracted. So some of these appendages are deployed during the launch and early orbit phase, like the solar arrays, which are deployed automatically, and the medium-gain antenna, which we deployed manually. After that, we had to deploy other appendages, mostly instrument booms and antennas. And there we faced a big difficulty with the radar antenna, which was stuck. And this kept us occupied for quite a while. So the radar, this is a RIME instrument. What went wrong? OK, so what happened is we attempted to deploy the antenna following the nominal procedure. The first segment of this antenna, so this is an antenna made of carbon reinforced fiber with a spiral loop inside. It's very light. It's about 1.5 kilogram, and it's about 12 meters long. And it's folded into segments on two mounting brackets that are in the shade in the top part of the spacecraft. We deployed the first segment of these two booms, and they came out nominally. When we tried to deploy the second segment, we saw that the antenna was stuck, and it wasn't coming out. And this immediately threw our deployment plan, of course, into contingency mode, and we had to start investigating possible root causes. And then, given the most likely root causes, what would be the most adequate way forward to attempt to overcome this problem. And so, the whole commissioning plan that we had prepared before flight had to be thrown in the bin, and we had to basically start from scratch in assessing and trying to resolve the problem. And this ended up being rather involved. We were faced with a spacecraft that was designed to fly to Jupiter, and therefore, in the Earth's vicinity, it was very thermally constrained. So, we couldn't really do much with the attitude of the spacecraft. The different methods that we could have had to dynamically excite the antenna, while it was still in the boom, so in order to induce some vibrations and so on, were not allowed at the time. And so, we had to basically build all of this, essentially, from scratch. So, it was a rather involved process. What were your first reactions there, when you noticed that this important thing went wrong? Oh, well, I slapped my forehead. And from the technical, or from the problem-solving point of view, what did you do? You said you started from scratch. What were the first steps then? So, the first step was doing an RCA, or a root cause analysis, in which you try to find the root cause of the problem that you're seeing. And for this, a number of different meetings was conducted involving project and the manufacture of the spacecraft, the manufacture of the booms, and the deployment mechanism. So, all these people were brought around the table. And then we tried to come up with different possible causes and assign likelihood to them. So, we ended up with two possible top possible causes. One was a stuck pin. So, this mechanism basically relied on pins being extracted by springs. And these springs were triggered via non-explosive actuators. And it was possible, and eventually it was demonstrated in the lab using the engineering qualification model that these pins could become stuck if the spring mechanism was not perfectly aligned. So, this is something that hadn't been diagnosed before, came to be reproduced, and therefore it was assessed what was the most likely method for overcoming this, which was shocking, so delivering mechanical shock to the mounting bracket while the bracket was warm. So, we basically lacked these two methods of doing it. We couldn't get the mounting bracket warm, and we couldn't deliver a shock. We had no means to do it. So, this led us down the path of trying to expand the flight envelope of the spacecraft to allow these two things to happen. You mentioned things you couldn't do. What were the options which were left? What could be tried then? Not much. So, there was one thing that we could do and was firing another non-explosive actuator that was situated below the one that had failed in the same bracket. But because the one that we had just fired had failed, the thought was that firing that other one would probably fail as well. And we would be, you know, we would be compounding the problem. In engineering parlance, it's called also failure propagation. You know, that when you try to fix something, by doing it, taking the wrong action, you make it worse. So, there was considerable concern that this would result in not only not improving, but making the problem worse. So, it would have been an efficient method of delivering a mechanical shock because the NEA actuation itself is like hitting the bracket with a hammer. It's about 200 Gs. But the risk was considered too high. So, the first priority was to get the bracket warm. And for this, we had to expand the flight envelope so that we could illuminate this phase for long periods of time. Illuminate means exposed to the sun? Yes. So, this phase is typically in the shade. And the spacecraft, as I mentioned before, is designed to fly around Jupiter where the solar radiation is extremely low. So, the spacecraft is built to take and keep heat, not to dump heat to the external world. So, the fear was that by illuminating this phase, we would overheat and possibly damage some of the units which are located in that phase or some of the electronics that are below the cover. So, it took quite a bit of analysis to determine that this was safe. And even then, the process by which we expanded the flight envelope so that we could actually illuminate and warm up this phase via sun illumination was done in a stepwise approach. So, every day, we would illuminate for a short period of time. Then we would retrieve the telemetry, make sure that all the observables that we have in telemetry were confirming that no, we were not approaching the dangerous limits in terms of temperature or radiation. And then we would keep doing it, you know, in incremental steps. So, you took a short period of time, checked whether everything went okay, then a bit longer it went okay, then a bit longer it went okay. And, yeah, this led to success in the end. What happened then? Well, this was combined with other actions. So, the other actions were the shaking part in which we were using also the thrusters on board to fire them with a certain rhythm in a certain pattern so that the spacecraft would be excited. And then we would use the elastic characteristics of some of the booms to then, you know, vibrate and hopefully contribute to the release of the stuck boom. Ultimately, we were successful because we combined basically everything we had and we threw all of this at the same time at the problem and eventually it worked. So, on the day of the successful release, we did a very long illumination slew that managed to put the bracket that was stuck from the original negative 80 degrees Celsius temperature to above plus 20 degrees, so room temperature, we reached it. Then we performed also excitation via the thrusters previous to this slew. And then at the moment that we started slewing back to the correct attitude, we also fired this NEA that was situated below the bracket. And this contributed, so all these things put together contributed to the release of the rhyme boom and then it deployed immediately. So, we saw it via the monitoring cameras. So, this was a huge relief. Would you say that if one of these factors would have been missing, would this have been a success then as well? So, it's a hypothetical situation. What I can tell you is we don't know. So, not knowing, the best thing to do is try everything that you think will be safe. So, anything that would not put the spacecraft at risk should have been tried and we did try it in the end. And it's possible that all of it contributed in some way. Not being there, it's impossible for us to tell which things really worked and which ones might have not contributed. The root cause, were you able to reproduce this on the Earth? So, we were able to reproduce in the lab a condition in which the release pins were stuck. Now, if this was the actual condition that we observed on board or not, again, not being there and not having direct telemetry that demonstrated that this was the root cause, we cannot tell with certainty. However, the fact that the analysis recommended certain actions to the release and then when we performed those actions at the right level then the release occurred indicates that probably, yes, we really hit with the correct cause. What was the cause you found on Earth? The fact that the pins were extracted via spring mechanism, each pin was extracted by two, sorry, each pin was extracted by two springs. If the springs were not exactly aligned and were not pulling out with the same force, then they could misalign. And at that point, the force would basically pull the pin sideways and get it stuck. This is possible. So one possible explanation as to why the springs would deliver a force which is not aligned is that it's possible that one of the springs could have broken during the launch, for example, due to vibrations and then being shorter it would have delivered less force. This is something to learn for the next mission if you have a similar pole on the mission, I think. Indeed. Indeed. There have been a number of lessons learned in terms of design in order to make it more robust for future missions. I must say, however, that after doing this release all the others worked as well. So if it was a problem it could have been just a chance issue. What are the next steps for JUS on the mission to Jupiter? So we will configure the spacecraft for its cruise phase so the final flight configuration and the completion of the commissioning phase all of this will happen by early July. After this the spacecraft will be on a sort of low activity mode in which we will go from daily to weekly passes so ground contacts and the spacecraft will not be producing any science. During this period the engineers will prepare for some significant activities that are coming up. So the cruise phase is going to be about seven and a half years long but it's going to be quite busy. We will do regular payload activities to keep the scientific instruments in good working order and then we have the gravity assist maneuvers of which we have four of them. The first one will be critical because the first time that we will try to do a moon earth flyby and this will come in august next year. I know you have limited time today so thank you very much for the interview and good luck for the future. It was my pleasure Lars. Thanks to you for the interest. Das war das Interview mit Ignacio Tanko. Es folgt nun eine kurze Zusammenfassung auf Deutsch. Ignacio Tanko ist Spacecraft Operations Manager für die JUICE-Mission. Er arbeitet schon lange an interplanetaren Missionen und ist aus den USA hergekommen. Dort arbeitete Ende der 90er nach seinem Abschluss am Iridium-System von Motorola, arbeitete dann im Jahr 2000 an einem Satelliten namens Artemis in Italien und kam schließlich im Jahr 2001 im Zusammenhang mit der Rosetta-Mission nach Darmstadt. Seitdem hat er an vielen interplanetaren Missionen mitgearbeitet, Rosetta, kurz an Mars Express, Venus Express, Solar Orbiter und Baby Colombo. Nun ist er Spacecraft Operations Management Manager für JUICE und leitet das Flugkontroll-Team. Dieses Team ist verantwortlich für alle Operationen mit dem Raumfahrzeug. Das Team plant, überprüft und validiert alle Operationen, führt sie aus und bestätigt dann hoffentlich, dass alles nach Plan verlaufen ist. Man ist in der Kommissionierung von JUICE schon sehr weit gekommen und JUICE ist in gutem Zustand. Alle bislang geprüften Instrumente und Subsysteme an Bord haben den Start gut überstanden. JUICE hat viele Anhänge, die sind beim Start eingeklemmt, und müssen danach ausgefahren werden. Bei den Solarpanelen passiert das automatisch, bei einer wichtigen Antenne manuell. Danach folgten viele weitere Anhänge, meistens Masten und Antennen vom Instrumenten und bei der Antenne des Instruments Rime gab es dann Probleme. Sie blieb stecken. Diese Radarantenne ist 16 Meter lang und mit 1,5 Kilogramm Gewicht sehr leicht. Sie besteht aus Kohlenstoff verstärkter Faser und ist in Segmente gefaltet. Dafür gibt es zwei Halterungen, die im Schatten liegen. Das erste Segment konnte ausgefahren werden, beim zweiten Segment steckte dann die Antenne fest. Der Deployment Plan wurde in den Notfallmodus gebracht und man betrieb Ursachenforschung und suchte nach Lösungen. In der Nähe der Erde kann man JUICE nicht stark bewegen, man ist der Sonne noch zu nahe. Das limitiert die Möglichkeiten, die Ausrichtung von JUICE zu verändern. Man machte eine Fehlerursachenanalyse, dafür gab es eine Reihe von Meetings mit den Herstellern von JUICE, von dem Antennenmast und dem Deployment Mechanismus. Verschiedene mögliche Ursachen wurden besprochen und nach Wahrscheinlichkeiten sortiert, zwei Ursachen waren dann ganz oben auf der Liste. Das eine war ein festsitzender Stift. Dieser Mechanismus basiert auf Stiften, die von Federn herausgezogen werden sollen. Die Federn werden durch nicht-explosive Auslöser betätigt. Man konnte dann am Qualifizierungsmodell auf der Erde feststellen, dass die Stifte sich verklemmen können, wenn der Fehlermechanismus nicht perfekt ausgerichtet ist. Das war vorher noch nicht aufgefallen, konnte aber nun reproduziert werden und man dachte, dass die beste Methode wäre, einen mechanischen Stoß auf eine erwärmte Halterung zu geben. Das musste man erproben und für die Erwärmung setzte man die Halterung dann nach und nach für längere Zeiträume der Sonne aus. Diese Manöver waren eigentlich so nah an der Erde nicht geplant und man musste sehr vorsichtig sein. Am Ende erwärmte man die Halterung von minus 80 auf plus 20 Grad Celsius. Dann feuerte man die Triebwerke in einem bestimmten Muster, damit die Antennen vibrieren und das Lösen des verklemmten Masts unterstützen. Dann wurde der Auslöser betätigt. Und der Antennenmast fuhr daraufhin sofort aus. Das konnte man mit Kameras überprüfen und man war sehr erleichtert. Man kann nicht sagen, was letztlich das Problem gelöst hat, aber es ist möglich, dass alle Maßnahmen etwas dazu beigetragen haben. Auch ob der Stift nun wirklich die Ursache war, ist schwer zu sagen. Aber man konnte auf der Erde ein Problem nachstellen und sich eine Lösung ausdenken. Die hat nun funktioniert, also gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es daran lag. Die Ursache dafür könnte eine Feder sein, die beim Start gebrochen ist, die hätte dann weniger Kraft ausüben können und man kann nun für die Zukunft daraus lernen, dass man es vielleicht robuster baut. Alle anderen Mechanismen haben aber funktioniert, vielleicht hatte man auch schlicht nur Pech. Derzeit bringt man die Kommissionierung zu Ende und man konfiguriert Juice für die Reisephase. Damit möchte man Anfang Juli 2023 fertig sein. Es Man bereitet sich außerdem auf wichtige Aktivitäten vor, man wird die Nutzlasten regelmäßig benutzen, um sie arbeitsfähig zu halten, denn in der Zukunft wird es Swing-By-Manöver geben. Das erste ist im August 2024 und es ist besonders wichtig, es wird das erste Mond-Erde-Swing-By sein. Soweit zur Zusammenfassung des Interviews. Am 20. Juni veröffentlichte die ESA noch ein Audio zum Deployment des Antennenmasts. Hierfür wurden Daten eines Beschleunigungssensors in Juice in Töne umgewandelt. Das war nicht wirklich notwendig, hört sich aber nett an und könnte laut ESA helfen, die Mechanik des Deployments besser zu verstehen. Die ESA hat die Töne noch über ein Video vom Test auf der Erde gelegt. Hier kann man die unterschiedlichen Töne gut den Phasen des Deployments zuordnen. Einen Link dazu gibt es in den Shownotes. Im ersten Gespräch dieser Podcast Episode stellte ich die Frage, ob die Kontaktaufnahme von Juice länger dauerte als erwartet. Kai Lingenauber schlug vor, mit Angela Dietz von der ESA zu sprechen und am 15. Juni konnte ich remote ein Interview mit ihr aufzeichnen. Mit ihr sprach ich über die Kontaktaufnahme, über die Kommissionierung und einige Abläufe im europäischen Raumflug Kontrollzentrum der ESA. Mein Name ist Angela Dietz. Ich bin die stellvertretende Leiterin für Operation von der Juice Mission und vor zwei Monaten und einem Tag sind wir gestartet. Wo sitzen Sie? Wo arbeiten Sie? Im ESOC Kontrollzentrum für die ESA. Die Idee für das Gespräch mit Ihnen entstand aus einem Gespräch, das ich am Nachmittag nach dem Start geführt habe. Dort wurde mir ihr Name genannt. In dem Gespräch teilten wir den Eindruck, dass die Akquisition of Signal die erste Kontaktaufnahme mit Juice nach dem Start länger gedauert hätte als erwartet, auch wenn man noch in einem Zeitrahmen war. Ich hatte den Eindruck einer gewissen Anspannung vor Ort. Stimmt dieser Eindruck oder war alles okay? Das kann schon sein, dass manche Leute erwartet haben, dass das Signal schneller kommt. Aber für uns im Flugcontroll-Team war das schon sehr klar, dass es eine Zeitspanne gibt, wo das Signal hätte auftreten können. Der bestmöglichste Moment wäre gewesen, als wir in den Bereich kam der Bodenstation von Neuschal in Australien. Aber es hätte auch 40 Minuten später sein können. Das hängt davon ab, wie die Ausrichtung des Alten nach dem Start ist, nach der Abtrennung von der Rakete. Per Glück kann es sein, dass die Onboard Antenne direkt auf die Bodenstation zeigt und man dann sofort das Signal sieht. Aber wahrscheinlicher ist es, und so war es auch, dass der Salid einen kleinen Spin hatte, so eine Drehbewegung und dann halt nicht sofort zur Bodenstation senden konnte. Und an Bord ist ja während des Starts oder kurz nach der Separation so ein automatisches Programm abgelaufen, was zum Beispiel dann auch die Solar Ways ausgefeilt hat, die Solarpaneele. Und als Teil dieses Programms gibt es auch so einen Modus, wo der Salid die Sonne sucht, die Ausrichtung macht, sich so weit dreht, dass er dann mit der Antenne zur Erde schauen kann, kommunizieren kann. Und das war alles wirklich wie im Plan ist das abgelaufen, also direkt zu dem Zeitpunkt, wo wir dann das Signal hätten erwarten können, kam das dann auch. Ich habe mir die Zeit normal angeschaut, das war alles sehr sehr akkurat, wie es geplant wurde. Also die Abtrennung von der Rakete war zum Beispiel vier Sekunden später als gedacht, aber das ist alles absolut im Rahmen Sie sagten, das hätte auch noch deutlich länger dauern können und dass einer der Faktoren eben ein Spin ist, also eine Drehung des Raumfahrzeugs im All. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sorgt dieses Programm eben dafür, dass diese Raumsonde sich korrekt ausrichtet, um sich dann eben zu melden. Gibt es noch weitere Faktoren, die das verzögern können, diese Kontaktaufnahme? Ja, das Haupt ist wirklich dieser Spin und dann die Lagerregelung. Es hätte natürlich auch sein können, dass wir eine sogenannte Safe-Mode gehabt hätten, also irgendwie ein Problem im Saliden während des Starts, das dazu führt, dass die Systeme durch so ein Reset gehen, sich neu konfigurieren, dann auch das Kommunikationssystem rekonfiguriert wird und dadurch auch das Signal später hätte kommen können. Also das ist immer möglich, das hatten wir jetzt nicht und okay, das hätte dann eine Verzückung von vielleicht nochmal weiteren 10 Minuten oder 15 Minuten bringen können. Es gibt noch solche Sachen, also wenn es irgendwie was Onboard passiert, was nicht im Plan war, gerade durch den Schock von dem Start oder so, dass dann der Onboard-Computer sich resettet und dann nochmal neu bootet. Was wäre passiert, hätte man kein Signal bekommen? Also es ist jetzt wunderbar gelaufen und so eine Situation wünscht man sich natürlich nicht, aber wenn jetzt so ein Signal nicht kommen würde von einer Raumsonde nach dem Start, was können sie dann tun? Unser Plan war also, okay, wir warten die maximale Zeit, also von 40 Minuten dann mit ein bisschen extra Zeit drauf, vielleicht eine Stunde oder so, hätten wir gewartet und dann hätten wir angefangen, Aktivitäten durchzuführen. Also wir haben Prozeduren, die in so einem Fall dann greifen. Also eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, dass ja im Kommunikationssystem irgendwas wirklich kaputt gegangen ist, aber da man Redundanz hat, zwei Systeme, ein Prime und ein Backup, kann man dann immer noch in das Backup-System schalten. Genau, da muss man dann kommandieren, wir sagen das into the blind, also ja, man hat keine Telemetrie, man weiß aber, dass man trotzdem kommandieren kann, wir haben zwei Reserver on board, die immer an sind und wenn einer kaputt ist, dann würde der andere immer noch funktionieren, aber dann kann man trotzdem kommandieren und dann hätte man eine manuelle Rekinnovation durchgeführt, zum Beispiel, das ist eine Möglichkeit. Und dann beim Start, wenn man nah an der Erde ist, dann wird der Salid auch versucht zu verfolgen, also die Amerikaner, die haben so ein System, wo die auch die Saliden trecken können und dann sehen, ob er auf der Bahn ist, es kann ja auch sein, dass er absolut nicht auf der Bahn ist und dann ganz wo anders lang fliegt und dann muss man auch die Bodenstation anpassen, damit die dann richtig in die Richtung auch sendet oder halt versucht zu empfangen, genau solche Sachen, also man sieht schon, man kriegt schon Informationen, was mit dem Saliden dann passiert ist. Schön, dass alles geklappt hat, das freut mich sehr. Wie geht's den Juice im Moment? Juice geht sehr gut, also wir haben nach dem Start so eine dreimonatige Phase, das nennen wir Commissioning, wo alle Systeme und alle Instrumente mal angeschaltet werden, durchgecheckt werden, kalibriert werden und so. Wir sind jetzt zwei Monate durch und den größten Teil haben wir angemacht, wir haben jetzt schon alle Instrumente auch einmal wenigstens, also heute das letzte angeschaltet und die sind alle in einem sehr guten Zustand, also wirklich, ich habe schon andere Sachen gesehen bei anderen Missionen, das dann, weil so ein Start ist schon auch eine kritische Sache, da können auch Sachen kaputt gehen oder irgendwelche Mechanismen, die dann klemmen, also wie zum Beispiel bei dieser Y-Mantenne, wo wir das Problem hatten am Anfang, was dann einmal gelöst wurde, aber das war tatsächlich das einzige Problem, was wir hatten bisher und die anderen Instrumente funktionieren alle einwandfrei, die Wissenschaftler sind sehr glücklich darüber und ja genau, deswegen einen Monat haben wir noch und dann wird es ein bisschen ruhiger bei uns. Wenn man sich mal ein Instrument rausgreift und sagt, wir führen dafür jetzt eine Kommissioning durch, eine Kommissionierung, wie laufen diese Schritte ab, was wird getan, um so ein, also ich würde es mal sagen, ist das eine Inbetriebnahme und Test, kann man sich das vorstellen, sovrunter? Ja, schon, schon, das ist immer sehr abhängig vom Instrument selber, manche wie gesagt haben Mechanismen, die muss man dann mal testen, irgendwelche Schatter, irgendwelche Verschlüsse öffnen, manche haben auch eine Möglichkeit, einen Mechanismus, irgendeinen Sensor halt, eine Ausrichtung zu machen, auch einen Stern zum Beispiel oder so, eine Messung durchzuführen, genau, jetzt zurzeit haben wir ganz viele Instrumente mit, mit Hoch, wie nennt man das, High Voltages? Mit Hochspannung? Hochspannung, ja genau, da wartet man erstmal ein paar Monate nach, dem Start, weil am Anfang nach dem Start hat man ganz viel, ja so Teilchen, die noch outgasen, die noch ja einfach austreten am Zillit, die dann irgendwo gefangen sind und erst langsam ja einfach weggehen und die versucht man zu vermeiden, also man möchte eine Umgebung haben, wo es keine Störfaktoren gibt und deswegen manche Instrumente wollten halt zwei Monate warten, bis sie zum ersten Mal angeschaltet werden und dann werden die Hochspannung hochgefahren, Messungen durchgeführt und genau, ja und dann halt Kalibrationen, dann machen wir auch noch einen Interference-Test, wo wir alle möglichen Instrumente gleichzeitig anmachen, wie die sich beeinflussen, genau, einfach ob die sich dann später stören würden in der wissenschaftlichen Untersuchung, solche Sachen untersucht man, die man am Boden einfach nicht hätte machen können. Wenn man jetzt Dinge an die Raumsonde sendet, da wird man ja sicher sehr, sehr vorsichtig vorgehen, damit eben da oben nichts schief geht. Es werden, soweit ich weiß, Dinge vorher an einem Engineering Model getestet. Ist das umfassend oder betrifft das nur Teile? Das betrifft nur Teile. Also wir haben genau alles, was wir machen, ist in Prozeduren festgelegt, die getestet werden, die validiert werden. die wurden teilweise vor dem Start halt auf dem Engineering Modell oder auch auf dem Flugmodell getestet. Da hatten wir spezielle Tests über mehrere Wochen, wo wir dann halt diese Prozeduren validiert haben. Dann haben wir im ISLOK auch noch einen Simulator, der ziemlich gut das alles abdeckt. Also gerade die Sachen vom Saliten selber sind sehr gut modelliert, Instrumente nicht so gut, da ist es dann besser, sich auf die Wissenschaftler zu verlassen. Die haben ihre eigenen Modelle auch zu Hause in den Instituten stehen. Und wenn wir so Operationen machen, dann wird das alles vorher getestet und validiert. Aber jetzt momentan benutzen wir nicht das Engineering Model. Das kommt aber in ein paar Monaten auch zum ESOC. Das ist gerade noch in Toulouse und das wird dann halt zu uns gebracht, wo wir das dann auch regelmäßig nutzen können. Der Simulator, den Sie erwähnten, ist also Software? Genau, das Software. Und da läuft halt auch die Onboard-Software, also teilweise emuliert und teilweise benutzt die echte Software. Und das ist ein sehr realistischer Simulator, den wir auch in der Simulationskampagne vor dem Start benutzt haben. Da sind viele Jahreentwicklungen da drin und jede Mission hat so ein Simulator. Ich nehme an, Sie arbeiten aus dem Kontrollzentrum für interplanetare Missionen. Wenn von dort jetzt Befehle und Kommandos an Jus gesendet werden, wie ist der Weg aus Darmstadt aus ihrem Kontrollzentrum zur Raumsonde? Also irgendwo steht eine große Antenne, die dann eben Dinge ins All schickt. Wie ist der Weg der Kommandos von Ihnen dorthin? Wir benutzen die drei großen Antennen der ESA und des Bodenstationssystems in Australien, in Spanien und in Argentinien und Ismailagra. Momentan benutzen wir Nunosha für unser Commissioning. Gerade haben wir auch einen Kontakt mit Nunosha. Das sind so zehn Stunden Kontakte momentan, wo wir dann Tests durchführen. Wir haben ein Kontrollsystem Mission Control System heißt es, wo wir die Telemetrie bekommen, wo wir die Kommandos dann auch verschicken. Und da gibt es einen Link zu der Bodenstation, also jetzt nach Australien quasi. Das sind ja, eigentlich sind das Internetverbindungen, also VPN, geht es über VPN dahin und dann wird das von dort zum Saluten geschickt. Die Bodenstation, die werden alle hier von Darmstadt auch gesteuert. Also dort vor Ort ist eigentlich keiner, außer es ist ein technisches Team, falls irgendwelche Fehler auftreten. Aber eigentlich wird das alles hier remote von hier gemacht. Genau, dann haben wir eine Signallaufzeit von momentan, ich glaube, wir sind bei 51 Sekunden gerade, also One-Way Einrichtung. Genau, und dann wird das zum Kommunikationssystem, die Information moduliert über das Signal. Wir haben X-Band zum Uplink und Downing haben wir X- und Ka-Band. Also wir können auch wissenschaftliche Daten dann auch über zwei Bänder zum Boden bekommen. Genau, dann wird das ausgeführt und dann kriegen wir die Telemetrie zurück. jeden Tag wird das ungefähr eine Sekunde dauert das länger. Man merkt schon langsam, dass man ja, okay, man schickt was und dann anderthalb Minuten sieht man das Resultat. Es wird mehr und mehr offline, also man kann nichts mehr wirklich interaktiv machen, man kann auch nicht so schnell eingreifen, wenn irgendwas passiert. Deswegen braucht man hohe Grad an Autonomie an Bord. Dieses interaktive, sie senden etwas, sie bekommen eine Antwort, reagieren darauf, es gelingt für mich so, wenn sie zehn Stunden im Moment Verbindung haben mit Juice, dass sie aber schon noch in diesem Modus arbeiten. Genau, ja, genau, das Kommissioning von den Instrumenten, von den Hochspannungen zum Beispiel jetzt, das ist ja sehr, da muss man sehr vorsichtig sein und dann wartet man tatsächlich dann auch, man schickt, man wartet fast zwei Minuten, guckt, ob das funktioniert hat und dann macht man weiter. Wenn man jetzt so in einem regulären Betrieb mit einer Raumsonde unterwegs ist, Juice soll mehrere Jahre arbeiten am Ziel, Mars Express ist schon 20 Jahre unterwegs jetzt, ist das im Alltag so eine Sache, dass man eine Kommandosequenz fertig hat und sobald Kontakt besteht, wird sie automatisch rausgeschickt oder findet da tatsächlich noch ein manueller, wir senden jetzt das an das Raumfahrzeug statt in ihrem Kontrollzentrum? Das wird alles vorprogrammiert, also wir machen halt die Planung, also jetzt momentan machen wir das jede Woche, dass wir halt so ein Planungstreff machen, was machen wir jetzt diese Woche, dann kriegen wir die Kommandos zum Beispiel auch von der Flugdynamik, also für die ganze Lagerregelung und Bahnsteuerung und spezielle Operationen, wie wir wollen fließend Stern jetzt gucken und so, das kriegen wir einmal in der Woche, gestern zum Beispiel passiert und heute fügen wir unsere Kommandos dazu, also alles, was noch mit dem Saliden zu tun hat, wie die Bitratenänderung oder irgendwelche Telemetriesachen, also irgendwelche Sachen, die auch die GAMS, also alles Mögliche, was wir dann noch dazu machen und dann wird das hochgeschickt und das ist dann für eine Woche quasi gültig, das sind so die Hintergrund Operationen und darüber machen wir diese interaktiven Sachen, dann später gehen wir weg von den interaktiven und dann wird alles nur noch vorprogrammiert und dann ausgeführt, später bei Jupiter haben wir ja dann auch eine Laufzeit von 53 Minuten in eine Richtung, dann kann man quasi nicht mehr interaktiv aber die Kommandosequenzen also jetzt so im Alltag mit einer Raumsonde liegen die also im Prinzip bereit und werden geschickt sobald die Verbindung aufgebaut wurde oder ja genau also wir haben so eine naja so ein Speichern Kommand Speichern Timeline heißt es das sind 5000 Kommandos die wir halt daran speichern können und die werden dann halt abgearbeitet dann nach einer Zeit also ja werden dann halt vorprogrammiert nach der Zeit Bei Juice wie lange geht es mit der Kommissionierung noch weiter einen Monat habe ich verstanden genau einen Monat bis Anfang Juli wir müssen ein bisschen aufpassen weil Anfang Juli ist dann der Euclid Launch der Start von Euclid die dann die Priorität bekommen über die Bodenstation und dann haben wir einfach nicht mehr so viel Kontaktzeit weil die dann erstmal ihren Start machen ihre Commissioning und so deswegen versuchen wir auch bis dahin wirklich fertig zu sein dann gibt es noch einen großen Review wo alle Ergebnisse von diese diese Kommissionierung diskutiert werden aufgeschrieben werden geschaut wird was noch gemacht werden muss was nicht so gut funktioniert hat wo man dann daran arbeiten müssen aber dann geht es in eine ruhigere Cruise Phase über es war dann erst wieder spannend nächstes Jahr im August wenn wir den Lega haben also den Lunar Earth Fly bei inzwischen drin haben wir auch noch ein paar andere Aktivitäten wo wir die Payloads auch mal wieder testen für eine Woche ja Serventen Juklid ich deute das so weil sie noch parallel mit der Kommissionierung beschäftigt sind dass dann da ein anderes Team dran arbeitet oder ist das für sie auch noch zusätzlich Wir sind wirklich Vollzeit auf einer Mission also viele also es gibt das Flug-Control-Team hier im ESOC die sind immer Vollzeit auf einer Mission aber dann gibt es ganz viele Support-Teams drumherum also wie jetzt diese Flug-Dynamik-Leute oder alle Sachen wie mit der Bodenstation die ganzen Systeme am Boden und so das sind alles Teams die geteilt sind mit verschiedenen Mission genau die sind teilweise dass wir das auch merken dass einige Leute jetzt gerade sehr stark bei Euclid eingespannt sind aber wir bleiben daran an Juice Also jetzt dann auf Jahre oder wird dann nach der wenn es ruhiger wird kommt da etwas anderes noch für sie dazu Nee eigentlich nicht also momentan sind wir in diesem Buch-Control-Team acht Leute das wird dann ein bisschen weniger werden wenn ein Gruß ruhiger wird so auf fünf bis sechs Leute gehen wir dann runter aber selbst dann haben wir noch relativ viel zu tun auch mit Vorbereitung und Tests und dann wollen die Wissenschaftler ab und zu auch irgendwas kommen die haben immer gute Ideen was man so machen könnte wenn wenn wir noch nicht über das System ist kann man doch auch viel kalibrieren viel überprüfen teilweise haben die jetzt auch Probleme gehabt so ein paar Software Probleme und dann wollen sie ihre Software neu aufspielen und so weiter also solche Aktivitäten sind wir dann schon beschäftigt und hiermit komme ich zum Ende dieser Episode auch dieses Mal habe ich eine umfangreiche Linksammlung zusammengestellt zu finden ist diese bei dieser Episode unter aufdistanz.de Vielen Dank an alle Menschen die mit mir gesprochen haben von Juice wird man in diesem Podcast sicher noch wieder hören Das war's für diese Ausgabe von Auf Distanz durch die Sendung führte sie Lars Naber hier in dieser letzten Rubrik Auf Distanz ganz nah da geht's nochmal kurz um den Podcast selber dieses war die dritte Episode mit Material aus Kuru Den Start von Juice zu erleben dort war etwas ganz besonderes für mich und möglich wurde die Reise durch die bewute IT dafür ein Riesendank an Pablo Bayern Aber es gab auch finanzielle Unterstützung von HörerInnen die ebenfalls sehr sehr geholfen haben Hier möchte ich insbesondere Karl und Sebastian nochmals danken aber natürlich allen anderen auch Und seit der letzten Episode gab es finanzielle Unterstützung von Norbert Martin Sven es gab noch einen weiteren Martin und Ralf vielen vielen Dank auch euch Ich habe dieses Mal das englische Interview nicht per Voice Over übersetzt wie ich das sonst immer mache sondern eine Zusammenfassung angehängt Da würde mich interessieren was Ihnen besser gefallen hat War es gut so oder wäre Voice Over besser gewesen Ich bin mir wirklich unsicher Schreiben Sie mir gerne an info auf distanz .de Ich würde mich wirklich freuen Vielen Dank Ich habe noch mehr Material aus Kuru das passt aber aktuell noch in kein weiteres Thema aber mit der neuen Ariane 6 Rakete geht es voran und da wird es sicher mal eine passende Episode geben Noch habe ich Material für weitere Episoden bereit liegen es geht also jetzt munter weiter und ich werde auch vom Start des ESA Weltraumsteleskop Euclidbo richten können Das wird am 1. Juli ins All gestartet und ich werde im Raumflugkontrollzentrum der ESA in Darmstadt dabei sein Dann möchte ich noch auf eine Veranstaltung hinweisen Am 19. Juli 2023 gibt es eine Science Watch Party Da schauen wir in einem Kino den Dokumentarfilm Apollo 11 Danach werden Nikolas Wörl und ich mit Sonja Brungs sprechen Sie ist Crew-Support-Ingenieur in der Abteilung Astronautentraining als Teil des Europäischen Astronautenzentrums der ESA Die Science Watch Party gibt es am 19. Juli 2023 ab 18 Uhr im Lichtspiel- und Kunsttheater Schauburg in der Brückstraße 66 in Dortmund Die Teilnahme kostet nichts aber eine Anmeldung ist erforderlich Ich habe gerade vor der Aufzeichnung noch mal geschaut Die Anmeldung ist noch aktiv Deswegen nenne ich es heute nochmal Den Link findet man in den Shownotes Wie schon erwähnt habe ich noch Material für mehrere Episoden Als nächstes werde ich über eine Veranstaltung bei Airbus in Bremen berichten Dort war ich im Frühjahr und habe einige Interviews geführt Da geht es um die Wiederaufnahme der Astronautischen Raumfahrt zum Mond und das europäische Servicemodul ESM Dazu mehr also in der nächsten Episode Bis dahin Danke fürs Reinhören und bis bald Bis dahin Und hier ist die Aufmerksamkeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020